Ich sehe es meistens praktisch so. Wenn es so kleine sind, äh kleine Sachen sind, wie zum Beispiel, wenn ich jemandem sage, ey, räum bitte deinen Teller weg. Ja? Und die andere Person sagt, nein, räum du den Teller weg. Und ich dann sage, aber ich habe schon den Teller hin, her gebracht. Dann kannst du ihn auch wegräumen. Zum Beispiel mit meiner Mutter, wenn ich so geredet habe oder so. Ich habe den Teller gebracht, also du kannst ihn wegbringen. Meine Mutter dann, du bringst jetzt diesen scheiß Teller weg. Okay, weißt du was? Ich bringe ihn weg, weil das geht schneller, als wenn ich mich quer stelle und ich dann die ganze Zeit dich ertragen muss. Und dann nehme ich das einfach, mache das weg und dann ist die Sache direkt erledigt. Und, äh, dann. Das gehört zum effizienten Arbeiten dazu. Nicht die ganze Zeit, immer nur. Äh, ich bin tatsächlich. Du bist zu nah am Zielort. Nein! Oh, da kommt man hoch. Sehr gut. Weil sowas, zum Beispiel, solche kleinen Sachen, die einfach einen Teller wegzubringen, tut niemandem weh. Und so, bringt halt gar nichts. Wo ich zum Beispiel irgendwie mehr argumentieren würde oder mich sturer stellen würde, wäre, wenn es darum geht... Wenn ich jemanden neuen kennenlerne und diese Person mir so kommt, dann, äh, mache ich von Anfang an klar, dass ich nicht ihre oder seine Bitch bin. Und für die Person nicht jeden Scheiß machen werde und dass diese Person ihren eigenen Scheiß schön selber wegräumen kann, damit das klar ist. Ja. Ja. Wenn ich nein sage oder mich widersetze oder so, dann um ein Statement zu machen. Aber nicht um aus Sturheit oder aus irgendwelchen Sachen, die halt, ne? Dinge, die nichts wert sind. Da, da ist dann, da widersetze ich mich relativ selten. Im Alltag, wenn man zu Hause ist so und, und ich sage, hey, hey Schatz, könntest du vielleicht bitte da aufräumen? Du hast da vorhin dreckig gemacht. Und Sabrina sagt, ah nee, ich hab echt keinen Bock heute aufzuräumen, sage ich, kein Problem. I got this. Und dann räume ich für sie auf. Das ist ganz normal. Kein Problem. Vorausgesetzt, ich habe Bock an dem Tag. Weil aufräumen macht nichts. Wir wissen, wie wir funktionieren. Ich muss nichts beweisen. Ich muss nichts klarstellen. Ist kein Problem. Aber, ähm, ja, kommt immer auf die Situation an. Ich muss nur auf den Weg des Langhalses. Mit der Uhrzeit ist es jede Woche anders. Die Woche aber wieder ganz angenehm. Freut mich Aeneos. Ich glaube, wir müssen da hoch auf den Berg, ne? Oh, das da hinten sieht gut aus. Bei meiner Schwester und meiner Mutter passt der chinesische Horoskop fast wie die Faust aufs Auge. Wie, wo ist das Signal? Du hast das doch schon... Das war doch die... Die Dings, oder? Ja, kommt doch ein bisschen näher. Konnte ich euch nicht, äh... Überbrücken? Genau. In der Beziehung ist was anderes dauernd. Ja, aber mir geht's überall so. Ja, gut, dann war vielleicht Sabrina ein schlechtes Beispiel. Aber, ähm... Das ist... Das ist für mich überall so. Wenn irgendetwas... Es ging ja ums Prinzip. Ja, ums Prinzip, dass wenn... Ich nirgendwo irgendein... Mich beweisen muss oder so, dann habe ich kein Problem. Ich tue gerne anderen Leuten Gefallen. Das... Mach ich wirklich gerne. Vorausgesetzt, ich mag sie natürlich. Aber, äh... Ja. Das ist gar nicht beziehungsexklusiv, oder so. Ich kann es noch schaffen. Oh, fuck. Das ist ein Langbein. Ist der Typ auf meiner Seite eigentlich jetzt? Ich glaube schon. Soll ich mal einen Seilwerfer an so einem Krieg probieren? Hier wird das nichts. Ich glaube, hier wird das nichts, ja. Oh! Ist der gerade durch meine Falle einfach durchgelaufen? Holy shit, man! Nice! Nice! Beschießt euch gegenseitig! Let's go! So, meine Überbrückung ist da schon fast vorbei. What? Hier sind, äh... Ziemlich viele, kann das sein? Uff! Oh my god! Warte kurz! Wuuu! Was ist euer Problem? So, warte mal. Ich hasse und ich liebe unseren Dönerstand gleichzeitig. Einerseits ist er echt geil. Andererseits ist er immer ein Glücksspiel, wie scharf der ist. Magst du keine scharfen Sachen? Oh my god! Oh my god! Du auch noch! Alter, der kennt da gar nix, man. Hat sie gerade gesagt. Oh mein god, da ist noch einer! Nein! Aufend! Oh my god, da ist noch einer! Oh my god, da ist noch einer! Scheiße! Oh nein! Warte kurz! Ich muss... Okay, Moment. Das sind ja ganz tiefsinnige Themen heute. Ja, äh, heute haben wir so ein bisschen, äh... Heute sind wir ein bisschen am Talken. Am Talken, zumindest am Anfang. Ach, keine Munition, jetzt schon. So, jetzt... Let's kurz... Puh, das war... So, möglicherweise waren das erst mal 20 Maschinen oder sowas. Oh, deren Bereich war so weit hinten? Ich wollte jetzt einen von denen überbrücken... Kümmern euch wieder um euren Kram. Einen von denen überbrücken, damit sie den anderen killen können. Weil ich wohl nicht mehr brauche. Gut, dass ich die extra tiefsinnigen Themen bei reinbringe. Ja, nee, wir müssen uns ja nicht den ganzen Stream darüber unterhalten, ja. Also, wir haben jetzt am Anfang... Wir haben am Anfang... Wir haben wieder so viel gequatscht am Anfang. Was ist da los? Heute war einer, der... So ein bisschen mal... Also, es waren jetzt keine... Keine ernsten Themen oder so, aber... Es ging um Pinguine, sag ich mal. Und Pinguine sollten stets respektiert werden. Außerdem sind Pinguine süß. So. Hier ist eine Spur. Achso, von der Giraffe, klar. Ich sehe schon, wo ich hin muss. Alle so gechillt hier. Ja, natürlich. Wir sind alle sehr gechillt. Mögen es zu schillen. Ich habe die echt hier ziemlich weit... Die haben mich ziemlich weit rumgetrieben. Stinken Pinguine nicht ordentlich? Ja, aber das passt ja. Das ist ja normal. Ich bin ja Gamer, ne? Von daher ist das wiederum deckungsgleich. Durchaus. Also, ich habe nie an dem Pinguin gerochen. Aber wenn du das so sagst, kann sein, ja. Mhm, mhm. Der Nachbrenner setzt mir zu. Ich müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Äh, ne. Oh. Ach, der Langhals braucht noch ein bisschen. Ich sammle das mal noch kurz ein. Eigentlich muss ich das gar nicht einsammeln. Klatscht nur mein Inventar zu. So, das ist die letzte Giraffe. Der letzte Langhals auf, äh, in dem normalen Bereich. Nicht DLC halt, aber der normale. Da sind die Sägezähne. War lange nicht mehr in dem Zoo, aber ich glaube, da war was. Ja, aber im Zoo stinkt auch ziemlich viel. Stinkt ziemlich vieles. Ich glaube, am meisten Arbeit bei einem Langhals hatte ich immer noch bei dem Banditenlager, wo ich erstmal das gesamte Banditenlager ausräumen musste. Das war a piece of work. Ein Gamer, der sich wäscht, spielt nicht sauber. Genau, so ist es. Es kann nur das eine oder das andere sauber sein. Doch, klar. Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch. Oh, Gottes Willen. Ich denke jedes Mal, aber diesmal bin ich definitiv daneben gesprungen. Oh, das ist neu. Komm ich da hoch? Gott, was verlangst du von mir? Ach, hier. Ich verstehe nicht, warum sie den Schnee im DLC so viel besser gemacht haben als im normalen Gebiet. Du siehst jeden Fußabdruck und jede Rolle. Nice. Vielleicht haben sie ja kurz vor Release gerade an einem neuen Schneeskript gearbeitet und es nicht ganz fertig geworden und dachten sich, hey, ein DLC wäre genau richtig, um unser neues Schneeskript da laufen zu lassen. Gut möglich. Okay. Mama. Nice. Und damit haben wir die ganze normale Karte aufgedeckt. Very nice. Außer natürlich der DLC. Ich fände es ja schön, wenn wir schon hier durchkommen würden mit allem außer dem DLC. Ich und mein Holz. Ich und mein DLDLC. Dann lasst uns gleich hier hin. Da ist noch ein Reisepunkt. Den Reisepunkt, den da oben, hier unten in dieses Dorf kurz reinlaufen. Hier die Metallblume herholen, damit die untere Ecke abgeschlossen ist. Okay. Klingt nach dem Plan. Wenn ich ein Zoo sehen will, schaue ich in die Politik. Oh Gott, bitte keine politischen Themen. Immer sehr kritische Sache. Ich würde voll gerne auf einem Sägezahn reiten. Das ist ja der Style. Kann man sowas nicht auch einfach ins Hauptspiel mit integrieren? Das ist halt die Frage. Es kommt ganz darauf an, wie sie diesen Schnee-Effekt gemacht haben. Was sie dafür brauchen. Wenn sie zum Beispiel auch eine andere Art von Schnee platzieren müssen und es nicht nur einfach ein Skript ist, was durchaus sein kann. Ich weiß nicht, wie es im DLC ist, aber wenn zum Beispiel Schnee zur Seite verdrängt wird und so, dann muss das Schnee ja ein extra Mesh haben und so weiter. Dann kann es durchaus sein, also ein extra Model haben, dass wenn man in den alten Gebieten haben möchte, dass der Schnee auch so funktioniert, dass sie die gesamte Schnee-Oberfläche nochmal überarbeiten müssten und das wäre den Aufwand halt nicht wert. Das könnte einer der Gründe sein, warum das halt nicht übernommen wurde. Wenn es eben nicht einfach nur ein Skript ist, aber dazu müsste man halt erstmal wissen, wie die das genau gemacht haben. Bist du mit der Hauptstory schon fertig? Ich nicht, nee. Reikos ja, ich nicht. Aber wir werden heute wahrscheinlich... Gut, jetzt habe ich so viel am Anfang. Heute war einer der Tage, wo ich mir eigentlich dachte, weißt du was? Heute labere ich mal ein bisschen weniger, damit wir gut mit der Story vorankommen. Und genau, heute labere ich mehr. Nein! Aber das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Teuer und man macht sich die Hände schmutzig. Man kann nie wissen, wann man das mal braucht. Ich habe ein paar Folgen leider verpasst, also könnte mir bitte jemand verraten, was aus der Rüstung geworden ist, die am Anfang gefunden hatte und nicht rankam, sondern erst die Teile besorgen musste. Ich hatte zwei Energiezellen gefunden, Sultan. Und wir kamen dann in den Raum mit der Rüstung rein. Aber um die Rüstung tatsächlich befreien und benutzen zu können, brauche ich tatsächlich mehr als das. Ich brauche nämlich nach meinen zwei ersten Energiezellen nochmal drei. Und jetzt muss ich halt erstmal nochmal drei Energiezellen finden, bevor ich dann tatsächlich an die Rüstung rankomme. Aber ich bin bisher auf der gesamten Karte nicht nochmal so einer Energiezelle begegnet. Deswegen kann ich nicht sagen, wie lange das dauern wird. Wir müssen hier entlang, oder? Genau, dann können wir hier vielleicht. Aus Erfahrung kann ich sagen, es gibt nicht mal ein Dankeschön, wenn du alle grauen Icons aufdeckst. Du hast alle grauen Icons aufgedeckt? Crazy. Auf die Achievements hätte ich eigentlich auch Lust. Aber jetzt, wo Monster Hunter vor der Tür steht und so. Ich kann mir vorstellen, dass wir, auch weil die Welt so schön ist, dass wir nach Horizon irgendwann zurückkehren und so ein bisschen Cleanup machen für die Achievements, die Platin-Trophäe noch holen und so. So. Dann haben wir das auch. Super. Und ich würde gerne noch den anderen Reisepunkt am Ende des Steges holen. Hätte ich eigentlich zuerst holen sollen. Soll ich dir sagen, sobald du eine Energiezelle verpasst hast, oder willst du sie dann nachholen, wenn du vorm Endfight bist? Hm. Ich meine, nur für den Endfight die beste Rüstung zu haben, ist ja auch ein bisschen lame. So, das kommt als nächstes. Aber erstmal gehen wir einen schnellen Gang durchs Dorf. Also, zum Thema Energiezellen, ich muss sagen, wir waren hier ja jetzt relativ gründlich, wie wir hier durchgelaufen sind. Also nicht 100% gründlich, aber schon in jeder Ecke so ein bisschen. Dann hätten wir eigentlich den Bunker irgendwann finden müssen. Ich schätze, wo die Bunker sein könnten, vielleicht hier irgendwie so, wo dieser Weg hinführt? Oder hier? Oder was ich mir auch vorstellen könnte, hier irgendwo, oder hier, in einem der Ausläufer, so weißt du, in den Ecken der Karte, oder hier, hier oben waren wir noch gar nichts, und hier ist auch nichts, vielleicht hier. Auch wenn unsere zwei ersten Bunker beide mitten in der Karte waren. Hier, also am unteren Rand, aber so zwischen vielen anderen Dingern und hier mitten auf dem Weg halt, also halt nicht in der Ecke, aber das ist, weil hier habe ich auch mittlerweile alles abgesucht und da habe ich auch keinen Bunker gefunden. Aber ja. Du bekommst die letzte Energiezelle eh erst kurz vorm Ende. Ah, okay. Na gut, dann, dann muss ich mir keine Sorgen machen, von wegen. Oh, da fällt mir ein, dann können, kriegen wir die letzte Energiezelle bestimmt hier oder so. Weil ich weiß noch, wie ich hier bei der Metallblume war und mir dann, glaube ich, Leyla gesagt hat, ach, die musst du gar nicht versuchen zu bekommen, da kommst du eh später hin. Das heißt, da ist unter der Erde noch irgendein Dungeon, irgendetwas und da gibt es dann bestimmt die Blume und den Rest, den ich brauche. Könnte ich mir gut vorstellen. Muss ich was verkaufen? Ja, ich sollte. Ich hätte gerne, ich hätte gerne einfach einen, einen Button, der sofort alles verkauft, was nur für Händler gedacht ist. Das wäre super praktisch. Das ist ziemlich viel Draht. Soll ich nur drei Sachen verkaufen oder so? Ähm. Okay. Will ich hier nicht zu viel verkaufen. Oh, Wappenbrück. Nur ein bisschen aufdecken gehen, damit wir für Zukunft ein paar Reisepunkte parat haben. Okay, ansonsten gibt es hier nichts. Dann auf zur, zur Sonne, was gleich da drüben ist. Ist halt jetzt nur gerade leider, oh, das ist ein bisschen weiter weg, als erwartet. Nur leider gerade ein, ähm. Gibt es da nicht eine bessere Methode, da hinzukommen? Und da auf dem Boot kann man noch was machen? Kann ich ins Wasser springen? Gut. Ich habe einen in Plan. Willst du dich nicht hochziehen? Wirklich nicht? Schnellstens. So geht's auch. Okay. Du verpasst nicht viel mit der Rüstung. Dann ist gut, dann ist gut. Und ich nehme an, die Energiezellen gibt es, sind nur für die Rüstung gut, deswegen. Gut, gut. Aber sobald es möglich ist, will ich es natürlich haben. Natürlich. Ich renne einfach bis zur Spitze der Landzunge und dann schwimmen wir von dort aus. Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Aloy, du kannst alles hier gut gebrauchen. Aloy hat bestimmt ein Pinguin-Abzeichen. Bestimmt. Und wenn man darüber nachdenkt, dann sind Pinguine sowieso die besseren Menschen. Hm. Ich wollte es nur mal gesagt haben. So geschmeidig, wie sie sind. Ich muss auch noch kleine Maschinen fesseln. Ah. Ah. Ein verlassenes Le... Ist das doch eine Leiche gewesen? Tatsächlich. Nee, ist ein Hocker. Naja, fast. Die Beine sahen halt aus wie Menschenbeine, okay? Das war ein sehr realer Hocker. Oh, ich dachte, du machst den Köpfer. Gut. Das Ding ist halt nur, hier sind Krokodile im Wasser. Die werden mich wahrscheinlich zerreißen. Lass mal... Da ist das Land ein bisschen flacher. Dahin. Fische, Fische, Krokodile noch nicht in Sichtreichweite. Pinguine sind die Menschen der Südhalbkugel, gell? Das Spiel wird dir irgendwann sagen, dass der Point of No Return erreicht ist, dann kannst du dir die Dinger ja holen. Ja, das ist eine gute Idee. Okay, Schnappmäuler sind da hinten gerade frisch am Wasser. Ich glaube, die Blume will... Ah, ich sehe schon, glaube ich, dieses Dreieck der Blumen, das wird da ganz oben sein. Ich glaube, die Wand hier wird aber ein bisschen zu steil sein, um da hochzukommen. Ah ne, sie ist sogar hier unten. Okay, perfekt. Okay, sehr nice. Dann haben wir diese Sache hier auch schön. Ich habe noch ein paar davon, ein bisschen hier davon und hiervon. Gut, dann hier zum Lagerfeuer, würde ich sagen, dann holen wir uns einen Läufer. Mit dem Läufer sprinten wir kurz außenrum, da rein, zu dem Ding. Genau. Und dann sollten wir jeden Moment alle Sammelgegenstände komplett eingesammelt haben. Bei Pinguinen sind schwule Pärchen, die Eisen adoptieren normal, die Weisen adoptieren normal. Das stimmt, ja. Die Hitzeentwicklung ist immens. Für was Hitzeentwicklung? Früher war es ein bisschen mieser, 28 Kilo. Reden wir gerade immer noch vom Bund und Rucksäcken tragen und so? Ah ne, die schwersten Rüstungen bestehen aus drei bis vier Lagen, haben ungefähr 25 gewogen. 25 Kilo waren die schwersten? Echt? Ich meine, das ist auch schon ordentlich, aber Das ist ziemlich riskant, was ich hier mache. Oh, ging sogar. Die guten Rüstungen. 25 die schwersten. Ich hätte gedacht, es wäre mehr. Oh Gott, das war dumm. Umdrehen. Mö? Okay. Okay, Bro. Ups. Oh. Bumf, 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 bumf. Wir müssen ein bisschen nach links laufen, Aloy. Okay. Was wollte ich sagen? Wenn ich dran denke, dass ich, als ich letztens, als ich wandern war, 17, 18 Kilo Rucksack getragen habe. Das ist ja, das ist ja schon fast. Und diesen Rucksack habe ich irgendwie 14 Stunden lang getragen. Ne, 12 Stunden an einem Tag. gut, meine Schultern waren danach blutig, aber trotzdem. Lasst mich in Ruhe, Jungs. Oh, 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 wir müssen umdrehen. Ich will eigentlich nicht durch die Menge hier genau rein. Ach, so einen ganzen Herd. Cool, 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 cool. Lauf ich gerade in die richtige Lücke rein? Genau, okay. Mut zur Lücke. Safe war auch mal wieder nicht schlecht. Es geht um Pinguin-Rüstung. Ja, das ist korrekt. Oh Gott, nein! Lass doch mal ein Hallo. Das ist mein bester Freund. Den Sägezahn nehmen wir mit. So, komm mal, komm mal, komm mal ran. Hier war noch ein Sägezahn, oder? Glaube ich. Naja, relativ weit hinten. Die eigentlichen Panzerplatten sind ja nicht das schwerste, ist ja nur dünner Stahl. Der Ringpanzer ist schon schlimmer. Eine Ringpanzer-Rüstung habe ich sogar mal getragen. War eigentlich cool. Ey, wo bist du, mein Freund? Ah, fuck. Petä, 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 petä. Ich bin ein Anseländer. Oh mein Gott. Woan? Oh, warte. 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 Was ist hinter mir her? Okay, ist ein bisschen weiter weg. Wahrscheinlich nur, weil es hier explodiert ist, haben wir so einen Lärm gemacht, dass irgendwas anderes auf mich aufmerksam geworden ist. Okay, warte. Ich muss meine normalen Heilpots hier auch ein bisschen in die Leiste nehmen, ein bisschen verbrauchen. Alles klar, Patrick. Mach's gut. Tschüss. Haus da rein. Haus da rein. Sicher? Hier ist nochmal noch mehr los. Oh, die sind ein bisschen weiter hinten. Okay, alles klar. Dann können wir uns das hier schnell nehmen und dann ist alles gut. durch und durch und dann als nächstes diese Bahnhock-Figur, bitte. Ähm, anpassen der Ausrüstung. Die Rüstungen damals hatten speziell auf den Träger abgestimmte Maße. Wollte mal wissen, wie das heutzutage ist. Rüstungen heutzutage? Gar nicht? I don't know. Oh Gott. Ach so, ich wollte eigentlich mit Quadrat in den Schleichmodus und nicht speichern. Gut, ich meine, ich wollte natürlich auf Nummer sicher gehen und erstmal eine Runde speichern. Ist ja klar. So viel Zeit muss sein. So. Holen wir uns kurz ein Ersatz-Tier. Kaum Freunde geworden, schon ersetzt. Dass Rüstungen nicht mehr im Kampf benutzt werden, ist klar, Stone. Sicher, dass das klar ist? Wenn mir irgendjemand auf der Straße, also... Na, was heißt wenn? Das passiert halt regelmäßig. Wenn mir da so jemand entgegenkommt, dann... musst du schon aufpassen. Aufpassen! Weil der wahrscheinlich, äh... geistig relativ labil ist. Meine Reizmaschine findet ja keinen Halt. Ah, was? Lob oder nicht? Okay. Das sieht hier nach dem Beginning aus, oder? Sehe ich das richtig? Ziel erreicht, was ich heute in Horizon erreichen wollte. Jetzt kann ich noch ein bisschen gucken, bevor ich ins Bett gehe, um mich auszukurieren. Ja. Ruhe dich gut aus. Ich sehe hier nirgendwo eine gefärbte... Hm. Ich glaube, das ist der Abstieg wieder, oder? Weil das sieht aus wie so etwas, wo man sich am Ende fallen lassen kann. Aber wo ist der Aufstieg? Hier ist ein Seil. Warte, dann müssen wir noch weiter... Oh! Oh, das sieht gut nach Aufstieg aus. Ich frage mich immer noch, wie Aloy diese Waffe überhaupt tragen kann. Noch mehr, wie sie die abfeuern kann. Der Rückstoß, oder wie das heißt, muss ja enorm sein bei dem Teil. Nein. Das ist ja keine schwere Munition. Das Ding schießt einfach ganz viele Schraubenzieher. Und die Schraubenzieher werden mit einer solchen Geschwindigkeit... Holy shit, das sieht hier ziemlich riskant aus. Mit einer solchen Geschwindigkeit drehend abgefeuert, dass sie die Schrauben aus den Feinden rausdrehen. Deswegen fliegen dann die Bauteile ab. Ne, ist klar. Was ist das da? Dieser Metallring. Sieht crazy aus. Aber schöner Ausblick beim Klettern. Oh, während noch die Sonne aufgeht. Nein. Oh, der untergeht. Nice. Hm? Hm. Ich hab vergessen, ob es als letztes hell oder dunkel war. Ich fühl mich hier schon wie real life. Oh mein Gott, was tust du, Aloy? Aloy? Naja, ich bin nicht ganz runtergefallen. Alles unter Kontrolle. Gehst ums Eck, fünf Leute stehen mit Klappmessern vor dir, du klopfst auf deine Vollplattenrüstung und packst den Morgensterne aus. Tja, Jungs. Ihr habt euch den falschen ausgesucht. Ja, ne? So sieht's aus. Fast Trip, aber richtig fast. Nicht runterfallen. Das ist mal die Slackline des Grauens. Da hinten sieht das auch, als ob da irgendwie das da. Ach, das ist dunkle Knochen, da waren wir schon. Wie so riesen Satellitenschüsseln. Wo jetzt? Schaffen wir den Sprung? Höh. Nice. Gut. Steinfast Trip. Wir brauchen ein neues Emote. Wir brauchen ein Emote, wo die Farbe noch nicht komplett aus seinem Gesicht gewichen ist. was zum... Was für ein Questmarker zeigt mir exakt in die verdorbene Zone rein. Ist das die letzte verdorbene Zone auf der gesamten Map? Nee, da hinten ist auch noch was. Hm. Ich verzichte mal gekonnt. Können wir auch noch später machen. Ach, da ist sogar schon mein Reitier. Super. hast du das gesehen? Okay. Ich glaube, der Boden... Ihm gefällt der Boden hier immer noch nicht so ganz. Moment. Ich heile mich mal voll. Das hier nehmen wir mit. Die Quest, dass du alle verdorbenen Zonen vernichten sollst, habe ich mir zuerst auch gedacht. Aber bisher hatte ich noch nie einen Questmarker gehabt. Bei den anderen verdorbenen Zonen, wo ich war. Das heißt, das war ungewöhnlich. Und deswegen habe ich mich das gefragt. Mir ist schon klar, dass das auch theoretisch die Quest zu den verbotenen Zonen sein könnte. Ich rate dir nicht nach Sonnenfall zu gehen. Du schon wieder? Die Mächte, die deinen Tod befohlen haben, glauben, dass sie erfolgreich waren. Wenn du dich ihren Agenten in Sonnenfall zeigst, war deine Flucht sinnlos. Das ist wirklich rätselhaft. Ist das hier Sonnenfall? Wenn er es jetzt schon sagt? Sie ist so blass. Ist sie krank? Kann ich helfen? Ja. Sie ist stark. Aber das Fieber will nicht sinken. Es wird immer schlimmer. Ihr Name ist Shiana, meine Schwester. Kann ihren Sonnenfall denn niemand helfen? Wir sind Geflüchtete. Wir kommen zuletzt. Und es gibt nur einen Heiler in diesem Gebiet. Er ist schwierig. Seine Seele ist im Schatten. Seine Seele ist im Schatten? Galif. So heißt er. Er ist sehr klug. Aber er hat wenig Mitgefühl. Vielleicht hat die Wüste es ihm ausgebrannt. Vielleicht war er schon immer so. Wie auch immer. Er wird uns nicht helfen. Na, wir werden sehen. Wo kann ich ihn finden? Zuletzt hat er Soldaten in Wappenbrück verarztet. Noch ein Grenzkampf. Heilers Eid. Äh. Rede mit Galif. Soll ich dann zuerst auf Sonnenfall verzichten? Ich verzichte zuerst auf Sonnenfall. I don't know. Ich hab ja Schnellreisepunkte. Hallo Richard. Hallöchen. Das find ich komischerweise nicht so schlimm, Trinchen, aber einmal als Aloy über eine hohe Brücke oder so gelaufen ist, da hatte ich meine Höhenangst gespürt. Also real life ab wann hat man denn Höhenangst eigentlich? Wenn man richtig Angst, Angst hat? Also ich muss sagen, wenn ich herabgucke, dann wird mir auch so ein bisschen übel und schwindelig, wenn ich irgendwie auf so einem 100 Meter hohen Turm bin oder so. Obwohl 50 Meter reicht schon. Ja. Auf irgendeinem Ausguckturm und dann direkt runtergucke. Aber auch nicht immer. Ob ich Höhenangst habe oder nicht, kommt irgendwie auf meine Tageslaune an. Das ist komisch. Und erst bei größeren Höhen. Und in Spielen und so? Ich glaube, in Spielen hat das einzige Spiel, was bisher geschafft hat, in mir so ein bisschen Unwohlsein, Höhenangst mäßig, ein bisschen was zu kitzeln, war Mirror's Edge. Ich glaube, das war Mirror's Edge. Vor allem das neuere Mirror's Edge, das war, das war echt Action gepackt, auf so schmalen Graden herumzulaufen, das war crazy. Ich zahle auch. Meine Vorräte sind schon fast verbraucht, verbraucht wie die dreckigen Lumpen, die als Verbände dienen. Warum hilfst du nicht? Sieh's mal aus meiner Perspektive. Das wenige, was ich habe, wird eingeschmuggelt. Das ist teuer. Der größte Teil davon geht an das Militär. Und dann ist da natürlich die Zitadelle. Helis Falken nehmen öfter ein böses Ende. Ach, Falken. Der Rest ist für die Adligen, die mich gut für meine Dienste bezahlen. Helis Falken. Sieh's mal aus meiner Perspektive. Ein Mädchen ist krank. Tolle Perspektive. uns kennen unüberwindbare ideologische Hindernisse. Warum sollte ich dich nicht einfach zwingen? Es würde Aufmerksamkeit erregen. Und du willst doch dem einzigen Heiler, der sich mit Schattenkarja einlässt, nichts tun, was? Wir kennen uns kaum, aber doch. Es reizt mich. Klär das mit der Zitadelle. Sie entscheiden, wer lebt oder stirbt. Nichts, was du tust, ist so schlimm wie die Bestrafung, wenn ich Vorräte an ein Zeltmädchen verschwende. Du bist das letzte Heiler. Gegen ein Gewissen gibt es keine Heilung. Dieser Reality-Check. Oh. Oh. Wohltätigkeit für ein Donnerkieferherz. Das ist keine Wohltätigkeit. Aber es ist ein Deal. Ich wäre wieder flüssig. Eine Zeit lang. Diese Teile sind nicht gerade leicht zu bekommen. Zufällig haust ein Donnerkiefer im Tal der Omen. Nordwestlich von hier. Ich weiß das, weil ich seine zahlreichen Opfer zusammenflicken muss. Ausreißer, meistens. Wenn ich das tue, dann nicht für dich. Oh, ich erwarte gar nicht, dass du es tust. Doch ich gehe nachher zur Zitadelle zurück. Dieser kleine Drecksack, dieser kleine... Mh, mh. Dich kriege ich noch. Heilerside. Ja, easy. Da waren wir auch schon. Immer wenn ich Spielen von weit oben runterspringe, spielt mein Magen verrückt. Beispiel Skyrim von der Winterfeste runterspringen. Bei Skyrim ging es mir, glaube ich, nie so. Und hallo, Celestis. Willkommen zurück. Wer ist das, der mit dir gesprochen hat? Ah, irgendjemand für eine Nebenquest. Ne, bei jemandem. Ah, meine Tochter stirbt. Oh nein, sie ist mir so wichtig. Ne, aber ja. Ne, hat einfach eine kranke Tochter. Wir sollten Medizin holen. Und jetzt hast du ja den Heiler gesehen, was er gesagt hat. Hier muss es sein. Der Donnerkiefer sollte nicht so schwer zu finden sein. Ich hoffe nur, ich sehe ihn, bevor er mich sieht. Die sind halt ziemlich dick. Dick. Da ist er. Oh, wer den Baum gefällt hat. Sollen wir mal ein bisschen vorbereiten? Was meint ihr? Reicht das? Ich denke schon. Ich hasse Leute, die übertreiben. Aber das Gute ist, wir können Fallen mittlerweile wieder abbauen. Oh, fuck. Hier geht eine Wand nach oben. Moment. Moment. Nur ein bisschen vorbereitet sein, gell? Okay. Das wird den Start. Guck mal, sieht aus wie eine Flugzeuglandebahn. Ding, 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 ding. Ich hatte zum Glück schon ein paar Herzen im Inventar. Ich war ein bisschen baff, als ich es ihm direkt in die Hand gedrückt hatte. Doch du musst zuerst mir Donnerkieferherzen holen gehen. Ha, ha, ha. Okay, bitte. Fuck. Das habe ich nicht erwartet. Ihr seid durchaus mächtig. Okay. Kann losgehen von mir aus. Was kommt denn gleich für ein Vieh? Ach, so ein kleiner, kleiner, süßer. Lauf doch jetzt nicht weg, Mann. Ich bin mehr als bereit für dich. Oh. 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 Oh, man. Nice. So, das müsste jetzt sein Laser am Himmel gewesen sein. Danke für den Rieser. Warum sagt ihr jetzt dann? Das ist ein schlechter Zeitpunkt. Oh, motherfucker. Oh, motherfucker. Oh, ich hab null Lohen, ich hab keine Lohen mehr! Oh mein Gott, Tisserville! Fuck, ich glaub ich bin eben zu weit weg. Oh mein Gott! Ja, das ist ein bisschen schwierig auszuweichen auf die Distanz. Ah, komm schon! Ah, dreh dich ja nicht so schnell um! Oh mein Gott, ich hab keine Lohen mehr! Einfach so viele Pfeile, bis er tot ist! So, gut. Ich hätte auch seine eigene Knarre hier nehmen können, aber das war mir ein bisschen zu riskant, so schnell wie der immer auf mich zugesprintet gekommen ist. Das war mir ein bisschen zu riskant. Also ja, Sprengfallen sind zwar schön und gut, aber naja... Jetzt bin ich grad in der unangenehmen Situation, dass ich tatsächlich überhaupt keine Lohen mehr habe. weil ich alles verballert habe. Ups! So, okay, jetzt haben wir ein bisschen Zeit, ohne dass ich aufpassen muss, nicht zu sterben. Jimmy, vielen Dank für die zwölf Monate selbstverständlich! Jimmy! Auch du! Natürlich haust da rein, bediene dich an unserem Käsekuchen oder an deinem eigenen Käsekuchen jetzt mit dem ganzen Jahr. Happy Birthday! Day! Danke für deinen langen Support schon, mein Lieber! Und, äh, Lea! Ne Dreamhack-Hype?! Ja, Mann! Ich freu mich schon sehr auf die Dreamhack! Lea! Danke für fünf Monate! Schon fast ein halbes Jahr! Einen halben Zehner-Klatsch, die mir hier auf den Tisch! Vielen Dank dafür! Und, äh, bitte Lea! Ne? Ne? Nehme dir auch weiterhin unseren Chili-Käse, ne? Ne? Danke, Lea! Freu mich auch schon sehr auf die Dreamhack! Ja, mhm! Äh, was wollte ich gerade gucken? Der Eisen-T-Rex! Genau, Moment! Ich war gerade ein bisschen abgelenkt! Danke für den, äh, danke für den Käse-Hype, meine Lieben! So! Szene! I know! Okay! Das einzige Problem, ha? Diese Lohe, mhm! Ich glaub, das könnt ihr mir ruhig sagen! Gibt, gibt es eine Möglichkeit? Oder ich kauf mir die Lohe einfach? Eventuell? Vielleicht wär das die beste Lösung? Könnte aber trotzdem sein! Teuer werden! Ich mein, theoretisch, wir haben schon alle möglichen Rüstungen! Und... Ja! Wir haben schon alle Rüstungen, die wir brauchen könnten! Von daher... Oh, der ist jetzt da! Okay! Wir haben alle Rüstungen! Wir haben alle Waffen, die man kaufen kann, die mich interessiert haben! Von daher, Geld brauchen wir für nichts anderes erstmal! Das heißt, wir können es eigentlich auch benutzen, um Lohe zu kaufen! Hoffentlich ist die nicht zu teuer! Mal schauen! Kann man die Waffe auch mitnehmen und verkaufen? Ne! Schwere Waffen kannst du nur in die Hand nehmen, mit denen ballern und dann kannst du sie wieder hinschmeißen! Aber... Schnellreisen hab ich nie probiert, aber ich glaub nicht! Eine Maschinenart hat Lohn auf dem Rücken! Welche war das gleich? Äh, sehr viele haben Lohn! Ähm... Aus den Anfangsgebieten oder aus den mittleren Bereichen, die Gräser... Oder... Die Graser hießen die! Die hatten auf dem Rücken irgendwie so 6 Lohn oder so! Die hatten relativ viele, die man abschießen konnte! Und sie sind nicht besonders hart zu killen! Die wären vielleicht... Die wären eine gute Möglichkeit, um mal unsere Vorräte aufzustocken! Ihr habt ein Maschinenteil! Deal ist Deal! Sieh nach dem Mädchen und es ist deins! Bei meinem Eid! Doch sag mir! Wenn das Mädchen überlebt, wie sieht seine Zukunft aus? Besser, um keine Zukunft zu haben! Ein erfrischender Satz! Lustlos tun wir das schnell! Güte hält sich so schlecht in der Hitze! Wie konnte Uthit uns gerade jetzt verraten, wo wir seine Hilfe so dringend brauchen? Jetzt habe ich 6 Stunden lang gesucht und rein gar nichts Essbares gefunden! Ist das mit... Ne! Wo ist... Ach da! Hier! Mhm! Können wir wirklich darauf vertrauen, dass die Wilden sich unserer Sache anschließen? Machst du was? Soll ich das starten? Sei gegrüßt! Hier ist jemand für deine Schwester! Wie hast du... Womit haben wir das verdient? Nein! Warte! Ich will es gar nicht wissen! Sonst zieht ein Schatten vorbei und es ist weg! Kluger Junge! Er wird sich jetzt um sie kümmern! Nicht wahr? Wenn man mich nicht weiterhin ablenkt, ja... Abgeschlossen! Okay! Cool! Cool! Dann... Schwarz! Vielleicht muss ich das kurz auslaufen lassen! Das Jagdgebiet im Nora-Bereich hat Graser, die nachspawnen, sobald du die Jagdquest abschließt und neu annimmst! Oh lol! Respawnen die aber nicht immer? Sehe ich das richtig, dass wir nur noch eine Blume und drei Tassen haben? Eine Blume und drei Tassen... Zwei Blumen und drei Tassen! Okay, zwei Blumen! Wo ist denn die letzte Blume? Wo habe ich hier was übersehen? Ich habe irgendwo eine Blume übersehen? Achso! Ne, 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 ne! Klar, 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 klar! Ne, 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 ne! Okay, das war hier oben, wo wir erst später hinkommen, das da! Okay, alles klar, alles klar! Alles unter Kontrolle, so sollte das sein! Mh... Okay! Dann Metallblume, Tasse und dann... Und dann geht es weiter nach oben für die Hauptquest, würde ich sagen! Aber erst sollten wir ein paar Graser killen gehen! Und meine Idee war... Diese! Hier waren die ersten Graser, denen wir begegnet sind! Rotrahmenplan, Martin! Wow! 5.000! It's... Exactly 5.000! Hero, vielen Dank für die 5.000 Bits, mein Freund! So viele Bits! Ich weiß nur nicht, habt ihr das gesehen? Bei den ersten Bits hier in der Anzeige war die... War das kleine Bildchen falsch, ne? Also es konnte nicht angezeigt werden! Im Chat kann ich... Kann ich das Bildchen sehen, aber hier irgendwie nicht? War das schon immer so bei Bits? Das ist ja verwirrend! Hero, vielen Dank, mein Lieber! 5.000! Ich weiß nicht, was Layla meinte, Stone, aber an die Blume da oben kommst du immer hin! Mir wurde gesagt später! Okay, warte, wie viel Fähigkeitspunkte haben wir? Zwei! Können wir irgendetwas schon kaufen, was ich kaufen wollte? Ähm... Kampfüberbrückung habe ich mir überlegt zu nehmen! Im Nahkampf lohnt sich nicht so sehr für mich! Hm... Bei Schlagangriffen mehr Schaden... Zusätzliche Pfeile war ich nicht so der Fan davon! Ja, ne, machen wir... Machen wir die Überbrückungsdauer, damit wir noch ein bisschen aufräumen können! Und hier nach unten, und dann kann ich jederzeit mir eine Reitmaschine holen! Ist auch nice! Hab ich gespeichert? Ich speichere! Okay! Und dann... Wir haben auch noch einen Fisch gebraucht, ne? Eine Fischhaut? Oder so? Irgendwas vom Fisch haben wir noch gebraucht auf jeden Fall! Für eines der Taschen-Upgrades, aber die sind nicht unbedingt so notwendig! Hier will ich hin! Und Rykros hat auch gesagt, wenn wir die eine Prüfung, die es da gab, immer wieder neu starten... Und erneut machen wollen, dann spawnen die Graser immer wieder neu! Das wäre auch ne Idee! Kannst du bitte die Karte zeigen, wo die Blume war? Ich will gerade Recht haben! Äh, die Blume war hier, wo ich nicht hingekommen bin! Da bin ich das letzte Mal so ein bisschen rumgelaufen, habe mich umgeguckt... Habe aber noch nicht fertig geguckt! Habe nur so ein bisschen geschaut, habe sie nicht gefunden! Und dann hat Layla gesagt, die kriegt man erst später! Und dann habe ich sie halt bleiben lassen! Der liegt flach! Woh! Woa! Okay. Meine Graser, ich komme gleich zu euch. Wie viel Loar haben wir hier? Eins, zwei, drei, vier. Nice. Und in der Leiche nichts mehr. Okay. Eins. Eins. Von drei Pfeilen habe ich nur vier Stück bekommen? Hm. War noch eine im Wasser gewesen? Fisch! War nix, war nur knochiges Fleisch. Vielleicht haben sie beim Weglaufen noch ein bisschen was verloren oder so? Ich glaube, wir müssen da nochmal nach oben. Wird mir leid. Oh, wie viel Loar. Ohohoho. Gut. Das habe ich gerade gebraucht. Von null Loar sind wir jetzt schon mal auf 25. Nice. Kommen wir vielleicht sogar auf die 40? Ah, ich glaube nicht. Die Ladezeiten auf der PS4. Ja. Ja, das ist das Einzige, was ich auch in letzter Zeit so gemerkt habe im Vergleich zum PC-Gaming. Auf eine gute Jagd. Yeah. Okay. Okay. Gut. 30 Loar sollte auch erstmal wieder... Äh, nee. Genug ist es. Es ist nie genug. Die Klebebomben benutze ich halt mit Abstand am öftesten. Okay. Wie viel Loar haben wir jetzt noch? 14. Vielleicht sollte ich das noch ein paar Mal respawnen lassen und die ein paar Mal killen gehen? Muss ich gar nicht. Warte, hier gibt es nochmal Gras... Ich gehe einfach von einem Graser zum nächsten Graser-Areal. Lass die alle explodieren und ja. Und willkommen aus der Vorlesung, Layla. Ich hoffe, ich habe Kai seinen Top nicht kaputt gemacht. Nee. Äh, so den Top-Cheer und so, den kann man nur ablösen, wenn man in einem einzigen Cheer so die Zahl übertrifft, die da steht. Mehrere hintereinander ersetzen den nicht. 30 Loe genug. Ja, fürs Erste genug halt. Loe kann man nie genug haben. Außer, das Inventar ist voll. Äh. Niemand jagt uns hier. Päus bei mir zu. Ah, Mist, da muss ich mich doch nochmal ein bisschen näher umschauen. Ah! Ich mag, wie dumpf alles klingt, wenn man einmal erwischt wird. Hallo, wat? Ich höre nix. Fuck! Hm, dann, äh, dann müssen wir uns wohl nochmal ein bisschen umschauen gehen da oben. Ich meine, es ist die letzte Blume, deswegen... Dann haben wir alle Sammelgegenstände eingesammelt, außer die Ausblicke. Äh, wie war das nochmal? Das würde ich gerne wissen. Gibt es für die Ausblicke auch ein Achievement? Nur mal so ganz nebenbei? Weil dann wäre das vielleicht etwas, was man im Nachhinein dann doch noch machen müsste, eventuell. Ich weiß, was Layla meinte, aber der Ort, wo man erst später hinkommt, ist woanders. Ah, okay. Ah, ich guck mal. Ich meine, da war ein Sturmvogel, also... Oh Gott, es hat ihn komplett zerrissen. Bleib hier, Lohe! Nee, Reinholz haben wir immer noch genug. Es gibt eine Trophy, wenn du alles gesammelt hast. Ja, okay, dann, dann... Dann werden wir das vielleicht beim Trophy ver... Äh, Trophyverfahr. Trophyverfahr. Beim Trophyhunt so im Nachhinein machen. Okay, jetzt haben wir 26. Mir ist vorerst... Vorerst erstmal nur wichtig, dass bei uns nicht irgendwie... Mitten im Kampf auf einmal irgendwelche Sachen ausgehen. Das wäre blöd. Es könnte aber sein, dass wir jetzt beim nächsten Sturmvogel-Ding, gegen den wir kämpfen, hier oben, ähm, dass wir dort direkt unsere gesamte Lohe wieder verbrauchen werden, weil... Ne? Aber mal schauen. Ich habe einen Plan. Ich habe einen Plan. Ich will nämlich... Deswegen will ich mich auch mit dem anlegen. Es wird nämlich jetzt mein erster Sturmvogel sein, wo ich mal die Seile ausprobiere. Jetzt haben wir ja mittlerweile das Ding. Hm. Weil, zugegebenermaßen, als ich das letzte Mal da war und den Vogel gesehen habe, bin ich sofort wieder umgedreht. Deswegen... Ich habe ihn gesehen und ich habe die Beine in die Hand genommen. Fuck this shit! Oh, das ist, äh... Oh, nee. Das ist... Wo ist denn? Das ist der Weg nach unten, oder? Nein! Uff. Uff. Nein, nein! Mir ging nie die Lohe aus, außer ich war gerade zu faul und habe die Schleuder zu viel benutzt. Oh mein Gott! Alles unter Kontrolle. Die Grauhaarbichte soll mich in Ruhe lassen. Alles andere würde mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu lange dauern. Ich meine, bei meinem ersten Kampf hatte ich die Sprengschleuder nicht. Oh mein Gott, ich sollte lieber normal runtergehen, dass... Der schnellste Weg nach unten. Vom Tanzen zurück! Oh, auf Mikko. Was für eine Art von Tanz. Willkommen zurück, natürlich. Okay, wir müssen uns gleich schon die Waffen zurechtlegen, weil der kommt gleich angeflogen. Der Drecksack. Ähm. Stolperfallen werden mir bei ihm nichts bringen. Und den Zersprenger, wenn ich den schon unten runtergepullt habe, würde ich gerne mit dem Zersprenger ihm ein paar Mal so ins Gesicht geben. Sprengschleuder holen wir später raus. Und bei dem Kampf will ich eher Blitzresistenz. Dann komm halt her. Was zum... Nee, ich hab hier gesagt, Mann. Oh mein Gott. Ist dein Ernst? Zufällig wieder auf den Falschen. Wie viele brauchst du noch, du Penner? Braff! Woo! So, und was jetzt? Jetzt damit. Braff! So, erst mal alles. Oh mein Gott! Nein! Nein! Ich glaube das ist noch ein bisschen zu weit weg, wir müssen ein bisschen näher rangehen. Also ich habe ihm so einige Sachen hier abbombardiert, aber... Bist du jetzt endlich am Boden? Hat er sich jetzt schon wieder losgelöst? Ich will gucken was es macht, wenn ich die Dinger da treffe. Ah, er hat noch so viel Leben, aber ich glaube jetzt wird es nicht mehr so viel bringen. Wenn wir noch weiter... Aber ich meine, die Seile sind deutlich billiger als alle anderen Sachen, die wir da irgendwie... Ähm... Ich würde gerne ein bisschen mehr Schaden machen. Immer die Sprengschleuder statt dem Zersprenger. Schön unten bleiben! Heiß Pinguin! Was... Was sollte das werden? Okay. Das reicht. Und falls nicht... Okay. Wie habe ich jetzt verbraucht? Sechs... Sechs Sticky Bomben und ansonsten habe ich nur Seile verbraucht, ja. Und für Seile brauche ich ja nur Draht, von daher... Draht und paar Scherben und sowas. Das nehme ich lieber mit. Ja, das... Seile waren die richtige Idee. Ihren Gegner noch ein bisschen festzuhalten, damit er mir nicht mehr wegfliegen kann. Ich komme mir zwar ein bisschen cheesy vor, wenn ich das mache. Cheesy ist gut! Ne, so ein bisschen... Ne, weil das... Weil er dann... Weil man... Ich meine... So ein bisschen Mitleid ist jetzt schon da gewesen. Weil er versucht... Er versucht halt echt wegzukommen. Und diese Scheiß Seile... Hat ihn wahrscheinlich ein bisschen frustriert jetzt. Novi lingua latina in saltando descender est. Ja genau! Ich mag auch Schnitzel am liebsten. So, schauen wir nochmal nach der Blume. Mitleid für das Huhn niemals! Na gut, bei unserem ersten Kampf, den wir da hatten... Da war mehr ein Krampf als ein Kampf. Oh lol, da ist es! Ich bin einfach nur nicht hochgesprungen das letzte Mal hier. Okay, super. Ich bin das letzte Mal dann einfach nach oben bis zum Tor gelaufen. Hab das noch nicht gesehen. Okay Leute, wir sind fast fertig mit dem Sammeln. Das waren in dem Bereich die letzten Sammelgegenstände. Danke nochmal für den Hinweis, dass das doch machbar ist. Und dann... Ich will eigentlich auch gerne gucken, was da ist. Aber es gibt so einige Ecken, wo ich noch gerne gucken wollen würde, was da ist. Dann... Nächstes Goal... Ist das Ding. Und dafür... Sammeln wir uns von hier einen Breitkopf... Und reisen dann da nach oben. Mitleid für eine Maschine, Stone! Du hast doch auch kein Mitleid für deine Pfeile und Bomben! Aber diese Maschine, sie kann denken und hat Gefühle! Er stupst Reikos vorsichtig an und guckt niedlich. Du benutzt doch nie wieder diese Quotes. Ey! Ab und zu haben wir im Stream Phasen, wo dann innerhalb von einer halben Stunde die Hälfte aller Quotes durchgeballert wird. Weil alle den Befehl aus so Bezeichen Quote benutzen wollen. Und da kann das durchaus ausgewählt werden! Und ich find's schön, dass wir so eine ganze Kollektion haben, falls irgendjemand mal drauf zugreifen möchte. Hallo Bussle! Der letzte, den ich mitbekommen habe, hat viel länger gedauert. Ja! Shelly, der erste Kampf gegen so einen Vogel hat irgendwie 20 Minuten gedauert. 15, 20 Minuten. Der zweite Kampf hat dann nur noch knapp 10 Minuten gedauert. Und jetzt der Kampf vielleicht so 5 Minuten... Weniger als 5 Minuten. Scheiß Vögel! Was war das hier? Sonnenfall? Nee, nee, Sonnenfall ist alles klar. Ja, den nehmen wir mit. Schön in die Hiebte. Okay. Und auf zur Blume. Ich freu mich schon, wenn ich mir einfach so... Chill! Einfach so jeder Zeitmann Reittier holen kann. Das wird nice. Fast richtig, Celestis. Ich hab gegoogelt wegen Subnautica morgen und ich habe was entdeckt. Jetzt kann ich's nicht mehr abwarten. Ich wusste, ich hätte mich nicht spoilern lassen sollen. Ich bin so gespannt auf Subnautica, weil du sollst ja jetzt auch mittlerweile die... Kommen wir hier den Hügel hoch? Okay, das ist kein Hügel, das ist ein fucking Berg. Gehen wir lieber aufs Neum. Hello. Subnautica soll ja... Die Story soll ja auch abgeschlossen sein und alles. Und wir wissen ja, dass unser... Dass das Ziel in Subnautica war ja von Anfang an, dass du von dem Planeten wieder runter kommst. Da bin ich... Ich hatte mich da auch schon ein bisschen gespoilert. Leider. Ich hatte mich darin gespoilert, was man bauen werden kann, um vom Planeten wegzukommen. Eigentlich ist es relativ offensichtlich, was da gebaut wird, aber... Jetzt weiß ich zumindest schon mal, was das eines der letzten Items sein wird wahrscheinlich. Die wir uns zusammenkraften. Holy shit, das sieht crazy aus. Mit dem Nebel. Wow. Richtig wie so ein Geisterwald hier. Cool. Oh, wir müssen irgendwo da hoch. Uff. Weil du mit dem Vogel beschäftigt warst, hier nochmal die Antwort auf deine Frage. Ich tanze Standard und Latein. Ah. Heute zum Beispiel Discofox, Cha-Cha-Cha, Rumba, Tango und Foxtop. Nice. Ohlin hat gesagt, er hätte ein... Ohlin hat gesagt... Egal, was Ohlin gesagt hat. Ich will die Blume. Ne, ich mag Ohlin ganz gut. Meine Mutter war eine Maschine. Im Bett. Ist Elisabeth Solak. Du spionierst durch meinen Fokus. Sprich weiter. Was weißt du über sie? Du! Bleib auf deinem Weg. Sprich weiter. Dann kennst du sie schon bald so gut wie ich. Oder besser. Doch pass auf. Schöpfers Ende ist voller Eklipse-Truppen. Um dich zu unterstützen, habe ich ein paar nützliche Dinge vor der Ruine abgelegt. Dein Fokus zeigt dir den Ort. Redet da eigentlich die ganze Zeit mein Vater mit mir oder so? Das wäre cool. Wer ist der und woher weiß er das alles? Elisabeth Solak hat er gesagt. Was ist das denn für ein Name? Muuuuh. Mir ist beim Zähneputzen eine Idee gekommen. Oh, lass hören. Sind die Zähne denn auch sauber geworden? Genau. Moment, das sind da gerade Grauharbichte. Äh, Grau... Wie hießen die Grauharbichte? Ich glaub schon. Ähm... Frostrüstung brauchen wir dafür. Haben wir mittlerweile eigentlich endlich mal Frostrunen gefunden? Damit ich meine Frostrüstung noch mehr Antifrost machen kann? Ne, immer noch keine einzige Frostschutzrune. Du bist wirklich aufmerksam. Wie zum Teufel kommst du darauf, dass dein Vater ist? Wir kennen ja unseren Vater noch nicht. Ne, Frost hat uns nur übernommen. Zuckerfarm, danke für den Horst! Ui! Ui! Ah! Ah! Lass mal still! Ah! 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 Aber du bist noch nicht tot? Jetzt ist es erledigt. Nice! Nice. Okay. Hallo Zuckerfarm. Wie geht es dir? Wie geht es? Wie steht es? Und der Brealer ist auch da. Der Brealer. Falls du Lust hast, gibt es die Möglichkeit, dass Mubot alle 10 bis 20 Minuten einen zufälligen Quote ausspuckt. Das wäre doch recht lustig und die Quotes kommen öfters mal vor. Stimmt, Rai Kross. Du bist ja krass intelligent. Okay, warte kurz. Jetzt wollte ich mir Rai Kross aufschreiben. Rai Kross. So, nicht vergessen. Nee, warte. Okay, nee, weißt du was? Ich schreibe jetzt Rai Kross auf. Rai Kross, Doppelpunkt. Mubot. Beziehungsweise, das ist mein Ankh-Bot. Quotes. Alle. Ich denke, so eine Quote alle 10 Sekunden wäre gut, oder? Durch die ganze... Frostruhen sind mega selten. Hab alles auf episch. Mehrfach, aber Frost hab ich nur zwei grüne. Krass. Mir geht's gut. B-b-brille. 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 Ja. Mir geht es sowieso gut. Ich spiele Horizon. Alles passt. Alles gut. Alles perfecto. Okay. Dann... Ähm. Kommen wir hier runter, ohne uns die Beine zu brechen? Oh, hier wäre was zum Klettern gewesen. Guck mal eine an. Diese weißen Kanten habe ich nicht gesehen. Okay. Ich wollte schon fast die Schnellreise benutzen. Aber wenn wir so runterkommen, ist es noch besser. Dann kann ich mein Reittier gleich benutzen. Und unser nächstes Ziel wird es sein, diese Tasse einzusammeln. Das reibt ein bisschen. Es reibt ein bisschen. Ui, 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 ui. Wer ist dieser Rykros, von dem alle reden? Das ist halt, ne? Rykros halt. Rykros war schon so oft bester Mitarbeiter. Der hat gar nicht mehr Platz bei sich zu Hause für die Abzeichen. Verstehst du? Und das beim Zähneputzen, ja. Zähneputzen kann durchaus sehr meditativ sein. Ziemlich faszinierend, wenn sie nicht gerade nach mir suchen würden. Alles gut. Rhykros ist Intelli-Clue. Oh. Ich glaube, das Lager müssen wir hier komplett ausräumen. Das Lager müssen wir komplett ausräumen, weil die Tasse halt mittendrin ist. Da zwingen sie mich nochmal am Ende des Dinges. Na gut, na gut. Mache wir, mache wir. Mache wir, mache wir. Hier, da ist es. Meine Pfeilschutzrüstung. Okay. Ich hoffe, ich kann sie noch One-Shotten. Sehr nett. Bist du ein Mensch? Der... Ob du richtig stehst, erfährst du, wenn der Stöhner erklingt. Ja. Hallo Kai. Der Kai. Diese aufgehängten Maschinenteile. Ein Alarmsignal. Alarm. Oh, warte kurz. Ich hatte einen Krümel auf meinem Finger. Alarm. Oh, come on. Oh, zweimal geduckt, Mann. Okay, jetzt hat alles keinen Sinn mehr. Finger weg! Ah, 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 ah. War das nicht dein Kopf? Das war sein Kopf. Das Schöne ist, wenn die nach mir suchen, dann weiß ich ganz genau, wo sie stehen. Ja. Wir hatten ja auch mal damals ein Stein-Derp-Emote. Mittlerweile nicht mehr. Aber den Hasen in Derp-Version irgendwann fände ich auch ganz nice. Hallo. Nee, nee, das war's. Erstbom-Dieten-Lager-Räumen. Ach, weißt du was? Ich hab grad'n Lauf. Machen wir die kurz fertig. Soundtrack muss auch mal gelobt werden. Ja. Der hat den schon einige Male gelobt. Ich find den echt gut gelungen. Hast du nicht gesehen? Äh. Tschüss. What the fuck? Da war der Kopfschuss. Da war der Kopfschuss. Immerhin können sie jetzt keine Alarme machen. Das ist so der größte Stress erstmal weg. Der größte Stress. Ah. Die Emotes von Rava. Die sind auch sehr schön gelömmert. Den, 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 den. Oh. Sind sogar noch so einige. Was ist mit dem Signal? Oh, unsichtbare Wand. Gott damn. Das war die falsche Taste. Ich wollte eigentlich rollen. Eigentlich wollte ich gerade wieder rollen. Wir machen's halt auch mit Nahkampf. Wenn du das so willst, dann kriegst du es so. Oh, shit. Oh, nein. Verdammt. Verdammt. Okay. Alles unter Kontrolle. Ich mach das immer so. Ich mochte Stein Dirt besser als Stein W. Äh. Nein. Ich finde, es hatte weniger Daseinsberechtigung wie die anderen Sachen. Bist du eine Person? Ne. Wo ist die? Wo ist der? Da war er. Breath of the Wild kam auch 2017. Ja. 2017 kamen richtig viele Sachen. Die einen Namen für sich gemacht haben und so. Bei Soundtrack muss ich sofort an Hellblade Senua's Sacrifice denken. Hast du denn nichts Besseres zu tun? Das war ein unfassbar interessantes Game. Das hab ich auch sehr gerne gespielt. Das haben wir sogar in einer Sitzung durchgemacht, oder? Soweit ich weiß. In nur einer Sitzung. Oder in zwei Sitzungen oder sowas. Aber das war... Das war... Ich meine, es war eigentlich eine schöne... 15.000 Erfahrungspunkte. Es war eigentlich eine schöne Erfahrung. Und das einzige Problem, was ich damit hatte, war, dass es bei mir so krass gelegt hat mit dem Stream. Das war sehr schade. Doch, Stone, ist so. Ist meine Meinung. Es gibt hier keine anderen Meinungen wie meine. Ist das klar? Meinung heißt Meinung, weil es mein Ung. Ja, verstehst du? Mein Ung. Nicht dein Ung. Mein Ung. So. In Ruhe! Ist meine Meinung, muss ja nicht jeder so empfinden. Ich mochte es halt besser. Doch, muss jeder so empfinden. Am meisten freue ich mich auf Steinhase. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich habe mittlerweile die... Die erste... Die erste... Zeichnung von Steinhase gesehen. Und sieht... Sieht sehr hübsch aus. Ich freue mich drauf. Und süß. Süß und hübsch. Sieht aus, wenn Talana Kahn Padish Anführerin der Jägerloge wird. Sie ist die letzte, die aus dem Rauch übrig bleibt. Ich will keine Frau an der Spitze der Jägerloge. Dein Ung und mein Häschen. Ja, darauf können wir uns einigen. Das ist mein Ung. Verdammt. Siehst du, das finde ich immer gut. Wenn so Leute wie Dreher oder andere Leute, die schon länger hier sind. Weißt du? Ja, richtig. Da kann ich... Niemand hier. Einfach komplett ausrasten. Oder Rhaikos und so. Und die wissen, wie es gemeint ist. Die kennen mich. Weißt du? Ich bälle und beiße nur selten. Deswegen. Ja? Die wissen, wie das ist. Gute Besserung, Fails. Ich weiß nicht, mit was du nochmal krank warst. Aber alle schreiben das. Also wünsche ich dir das auch. Fails. Werde gesund. Okay. Was suche ich eigentlich gerade? Kaffeetasse. Wir suchen einen lila Punkt irgendwo hier in der Nähe wieder. Ich sehe weder ein lila Punkt noch irgendwo... Vielleicht ist das wieder so eine auf der anderen Seite des Flusses Geschichte? Könnte sein. Ihr könnt ruhig einfach schreien, wenn ihr das irgendwo seht. Hier auf der anderen Seite des Flusses könnte es auch noch sein. Das sind die fiesesten, ey. Seit dem einmal, wo... Wo der Kreis gerade noch so mit seinem Rand die andere Seite des Flusses geschnitten hatte und dort war das Ding, gucke ich immer zuerst auf die andere Seite des Flusses. Die Tasse ist mitten im Lager. Echt? Lol. Nein, Stone, du hast meine Gefühle zu tief verletzt, Diabo. Ey. Oh. Oh, hier. Eigentlich wollte ich jetzt gerade woanders hinlaufen. Ach, da ist es. Perfekt. Ey, solche Leute hatte ich auch schon, ne? Oh mein Gott, wie kannst du das nur sagen? Oh mein Gott. Geh wieder zu deiner Mama, dich mit der Rotlichtlampe beleuchten lassen. Und, äh, wir sehen uns nicht mehr wieder. Ach, hier riecht es gerade so nach Parmesan. Es treibt mich in den Wahnsinn. Und Sabrina kichert, ne? Unfassbar. Ich habe nämlich heute Mittag gekocht. Richtig komplex. Nudeln mit Pesto. Alter. So komplex. Krass. Richtig krass. Und ich habe für sie ein bisschen mehr mitgekocht, weil sie heute, weil sie lange weg von zu Hause war. Ich habe sehr komplex mitgekocht. Und sie macht sich auf ihre Nudeln immer so viel Parmesan drauf. Und den Parmesan, den wir haben, der riecht so intensiv. Ja. Hätte man gerade von meinem Fuß runterhobeln können. Würde genauso riechen. Das ist krass. Okay. Sorry, Stone zieht die Schuhe wieder an. Ich sehe schon, Rikos hatte die gleiche Idee. Ja, sehr gut. Okay, sind wir hier auch fertig. Sauber, sauber. Und, äh, ja. Lagerfeuer. Tasse. Äh, plündere das Versteck. Bonus-Ziel. Bonus-Ziel. Tasse. Tasse. Und richtiges Hauptziel. Cool. Very nice. Du hast noch gar nicht gespielt, ne? Guck dir mal die Händler an. Und den Schnee. Ach, das ist Add-on. Redet ihr? Oh, ich bin auch auf das DLC gespannt. Nudeln mit Pesto. Komplex. Ja, nee. Ist klar. Natürlich ist das komplex. Hallo? Du redest hier mit jemandem, der im Schwimmen das Pinguin-Abzeichen bekommen hat. Mehr als Nudeln mit Pesto ist nicht drin. Was erwartet die Welt wieder von mir? Ein Pinguin hat nicht mal Finger. Wo ist meine Maschine? Oh, da ist sie. Intensiver Parmesan. Frisch vom Fuß. Oh. Kannst du da rüberspringen? Oh, das war tiefer als erwartet. So, okay. Oh, da ist sogar einer noch unterwegs. Super, super. Aber vielleicht sollte ich ein bisschen dem Weg folgen. Sind jetzt eigentlich alle Maschinen im Pokédex freigeschaltet? Gute Frage. Nee. Ich habe hier immer noch irgendeine ganz am Anfang. Hier so eine mittendrin und ganz am Ende. Drei Stück fehlen mir noch. Gab es hier nicht? Vielleicht kommen die auch noch. Keine Ahnung. Ich dachte, hier wäre irgendwo eine gewesen, wo ich mir gedacht hätte, so eine Silhouette gewesen, wo ich mir gedacht habe, so ah ja, das kann sein. Die sehe ich jetzt aber nicht mehr. Ja, werden wir sehen. Das war tiefer als erwartet. Oh Gott. Nein. Krieg ihn hoch. Gut. Oh, er ist zu massiv. Vollbremsung. Guten Tag. Ich möchte erfolgreiche Geschäfte mit euch führen. Danke für die Gratiskiste. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott. Auf Wiedersehen. Dieser am Anfang macht mich kehre, den musst du nachholen. Ja. Ich sollte ihn nachholen, ja. Okay. Folgendes. Gott, ich habe so, ich habe so viele. Oh. Die Tutorials könnte ich eigentlich super schnell nachholen. Das sollte kein Problem sein. Was wollte ich jetzt? Klündere das Ausrüstungsversteck. Ich wollte das, lass mich das kurz aktiv schalten. Nur, dass ich das richtige Ziel zuerst mache. Wo ist das Ausrüstungsversteck? Ja. Genau da, wo er gesagt hat. Keine schlechte Auswahl. Das wird zum Einsatz kommen. Warum tust du das? Weil du Erfolg haben sollst. Gute Jagd. Wir reden später. Warte. Verdammt. Hätte er jetzt noch gesagt, wir reden später. Ich muss kurz Zigaretten holen gehen. Und dann... ...hören wir ihn nicht mehr. Für Monate oder überhaupt nicht mehr. Dann wissen wir, es war unser Vater. Viel Spatman. Okay. Ein Gefix. Sollen wir den Bereich hier auch gleich noch clearn? Weißt du was? Clearen wir auch noch den Bereich, wenn wir schon mal da sind. Was haben wir denn da für Viecher? Feuerbullrücken. Verwüster. Verwüster. Die haben mit Laser geschossen, nicht wahr? Wir haben doch keine Ahnung, was für ein Element Laser ist. Feuer oder Blitz? Feuer hatte ich so selten an. Hier ist es ja nicht zu kalt für Feuer oder so, ne? Du sollst auch nicht im Nudelwasser schwimmen, Stone. Ja, das ist kochend heiß. Hallo? Das ist riskant. Ich muss bald anfangen, für die erste Prüfung zu lernen. Weniger als ein Monat bis zur Prüfung. Ein Monat? Ei. Bitte was? Hier draußen beißt der Schnee ganz schön. In einem Monat kannst du ein Haus bauen. Alter, zerrissen, Baby. Get's dicked on. Get's dicked on. Ähm. Oh. Direkt hinter dem anderen hervor. Die Seile werde ich jetzt wahrscheinlich, ehrlich gesagt, nicht so oft benutzen. Aber mit den Seilen kann man auch einen Crit regelmäßig machen. Weg mit deinem Laser. Okay. Pinguin mit Goldrand. Ich komm hier raus. Ich hab ein Geschenk für euch. Es ist ziemlich dick, breit und elektrisierend. Oh, Motherfucker. War das gereicht? Ich glaube schon. Zerrissen, mein Freund. Gott, diese schweren Kanonen sind einfach der Burner. Ich sollte die öfter einsetzen. Meistens, ich töte einfach immer alles mit Pfeilen. Aber diese Kanonen sind... Also, falls man damit weiß, was ich mein. Ihr wisst, was ich mein. Pinguin-Abzeichen-Emote für Discord. Ja, das wäre voll geil. Als Emote so ein ertrinkender Pinguin. Ja, bitte. Weißt du, so... Das wäre für Sybnautica genau das richtige Emote. Voll gut. Wenn du die Gegner am Seil in Ruhe lässt, ist er relativ lange mit den Seilen beschäftigt. Das ist ein netter Crowd-Control. Crowd-Control. Das setzt ja voraus, dass ich intelligent vorgehe. Wer bin ich? Ein Pinguin. So, ich suche ein lila... Oh, bis... Neun unter mir. Okay. Ich nehme an, das heißt hier in diesem Haus irgendwo... Oh ja. Ach, Quatsch. Ist wohl unabsichtlich so tief. Äh... Achtet mal drauf, ob ihr wieder hier irgendwo ein... Das brauche ich später noch. ...einen lila Punkt seht oder so. Das brauche ich später. Lila Punkt, lila Punkt, lila Punkt, lila Punkt. Sind hier schon Menschen? Oh, da sind schon Menschen. Sollte ich vielleicht nicht einfach reinlaufen? Ein ertrinkender Pinguin. Warte, jetzt muss ich mir kurz... Jetzt muss ich mir kurz das Bild ansehen. Achso, warte, nee. Ich könnte doch einfach hier drücken. Der ist aber nicht am ertrinken. Ich schalte nicht einfach meinen Monitor um, um mir das Bild anzugucken, sondern ich blende es für euch ein und gucke mir in der Vorschau an, wie es aussieht. Da dürft ihr mir aber... Da dürft ihr mir jetzt halt nur keine Bilder... Nur keine Penis-Bilder schicken oder so. Lila, lila... Oh! Nice. Nice. Manchmal muss man einfach nur kurz stehen bleiben. Gut. Okay, kann weitergehen. Gefistet. Okay. Bisschen... Eklipse. Reichtümer gibt es hier schon längst keine mehr. Vor allem, wie haben die es geschafft, die, äh, die verdorbenen Wächter so, ähm, zu zähmen und alles? Die Feuerschutzrüstung ist ja aber nicht unbedingt die beste Wahl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, die sieht am nicesten aus, aber wir wollen sie natürlich nicht, äh, frieren lassen. Ja, die Pfeilbrecherrüstung. Senior Game Programmer von Guerilla hat mein Horizon-Tweet geliked. Oh! Cool. Oh, oh, oh. Du bist der mit den Pinguinen und den komplexen Nudeln-Stone. Ja, man. Na, Nudeln mit Pesto ist richtig hart, man. Fuck, man. Ich hab mir letztens auch Pommes gemacht. Im Backofen. Diese Grabungsstellen. Sie sind riesig. Aber natürlich die, die Tiefkühlpommes. Ich bin ja nicht dumm. Ja, klar. Äh. Mist. Unsichtbare Wand. Ich muss sagen, ich hab mich mittlerweile an die Steuerung ganz gut gewöhnt. Das heißt nicht, dass ich trotzdem nicht Fehler mache, aber... Ich leide am klassischen Pinguin-Nudel-Komplex. Ja, true, true. Hier, hier. Oh! Oh, diesmal... Ist noch einer übrig? Der Wächter. Okay, cool. Schnee in Frozen Wild ist wirklich sehr hübsch. Da bin ich mal gespannt. Ich hab bisher gar nicht drauf geachtet, aber stimmt. Man kriegt... Man hat nicht mal irgendwelche Fußabdrücke oder so im Schnee. Stimmt. Ist mir nie aufgefallen. Gerade so etwas wie Horizon, was so viel aus Schnee besteht, dass da keine Abdrücke oder Spuren oder so sind. Krass. Voll krass, Mann. Was ist das für eine Quality? Warte, das sind Holländer? What? Sie wissen, dass der Käse gut ist. Sie haben es schon immer gewusst. Das ist ein holländisches Spielwort. Was... Was hast du denn gegen Holländer, Rijkroos? Denkst du, dass durch das ganze Gras nichts zustande kommen kann, oder was? Übrigens, natürlich, selbstverständlich, alle, die in Holland leben, brauchen die ganze Zeit Gras. Selbstverständlich. Falls ihr das noch nicht wusstet. All diese Ruinen. Was haben die Alten hier gemacht? Da ist etwas. Nein. Da war nichts. Das war eigentlich voll daneben, aber es hat trotzdem geklappt. Das freut mich. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Mann. Jetzt geht's aber los hier. Ein Verderber. Es könnte schwierig werden. Ach, Quatsch. Verderber machen wir in der Grundschule. Ich glaube, das war alles. Mal gucken, wie viel so eine Sprengfalle mittlerweile so einem Verderber macht. Wie viel macht die? Gar nicht so viel. Was für eine Schwäche hat man mit Verderber gehabt. Schwäche war sogar Feuer. God damn it. Ich hätte mich nach links oder nach rechts hergestellt. Haben Feuerpfeile nicht auch Loge gebraucht? Oh, der hat Überhitzung oder so? Das ist ja witzig. Oh, das war nicht weit genug. Ich hoffe, Feuerpfeile brauchen keine Loge. Normalerweise braucht alles so brennendes und so Loge, aber... Das hat mich doch erwischt. Lull. Okay. Okay. Ich wollte eigentlich meine Sprenggranaten ein bisschen sparen, aber wahrscheinlich hätte mir das unterm Strich mehr geholfen, als wenn ich so geizig jetzt damit umgegangen wäre. Ich komme gerade nicht darauf klar, dass sie aus Holland sind. Die kauen uns den Käse und das Gras. Ich erwarte nur nicht ein gutes Spiel aus Holland, Deutschland und so weiter. Ja, verständlich. Oh mein Gott, diese scheiß Rolle. Da haben wir ihn. Ja, da waren ganz wenige drin. Ich dachte, du willst sie nicht. Deswegen habe ich aufgeräumt. Wir haben noch mehr Chips. So, okay. Ich glaube, das war der größte Teil. Wird schon wieder, ist die Männergrippe. Die Männergrippe. Die Männergrippe heißt Männergrippe, weil sie so krass männlich ist, ne? Ich muss dir mal vorstellen, ne? Gott, ich habe, glaube ich, die Männergrippe. Oh, meine Stimme. Meine Stimme. Guck mal, der Bizeps. Er wächst. Oh. Jedes Mal, wenn ich Grippe habe, werde ich zum Hulk. Oh. Holy shit, er hat wieder die Männergrippe, Mann. Richtig am Ausrasten, der Typ. Richtig am Ausrasten, Mann. Krass männlich, Mann. So. Ich brauche einen Becher. Hoffentlich Becher. Ja, wenn eine Frau die Männergrippe bekommen würde, wäre das ihr tot. Ja, das stimmt. Ja, wegen dem krassen Hormonwechsel. Das ist korrekt, ja. Mal aufpassen. Die Männergrippe ist eine harte Version der Grippe, fast totbringend und nur Männer können sie bekommen, ja. Ach so, das, die Theorie gibt es auch noch, ja. Okay, okay. Ist aber schwierig. Was ist denn da jetzt richtig? Ich meine, ich versuche euch nur zu informieren über die Missstände dieser Welt und versuche Klarheit zu schaffen. Klarheit in diesen verwirrenden Zeiten. Oh, das ist erst deutlich weiter hinten, die Tasse. Mal ein paar Pfeile machen. Nein, Angel. Das ist bisher die unbeeindruckendste Theorie. Ich bitte dich. Ich bitte dich. Das glaube ich nicht. Äh. Äh. Hm. Dann halt nicht. Okay. Äh. Ich nehme an, wir müssen einfach weiter tiefer ins Lager. Ach genau, ja, genau. Das ist hier auf dem Weg. Gut. Solange ich mit Sniperpfeilen schieße, ist eigentlich alles paletti. Da. Die werden uns wahrscheinlich nicht so schnell ausgehen. Das ist gut. Eine Explosion. Passt mal auf Jux. Oder ist es? Letzter Sammelgegenstand. Und wir haben alle. Perfekt. Alle Blumen, alle Tassen. Alle Banuk-Statoren unten. Jetzt können wir mal gucken. Ich hau mich kurz raus. Wie denn hier die Tassen alle aussehen. Vielleicht erkennt ihr auch die Insider. Oder was auch immer. Faro oder so? I don't know. Irgendwas Rotes. Also, ja. Tatsächlich Faro. Steht sogar oben. Bogentasse. Youfly. Wayfarers. Wayfarers sagt mir auch was. War das nicht irgendeine Fraktion aus irgendeinem Game? Bestimmt. Klingt so generisch. Miriam. USRC. Das war ein Logo für irgendein Game, glaube ich. Aber ich kann mich gerade nicht erinnern, was für eins. Das ist natürlich Killzone. Das erkennt man direkt. Sterling Malkit. Odyssey. Metallurgie. Metallurgie. Yomei. Jomai. Thunderheads. Okay, die Banuk-Statuen sehen alle kacke aus. Ich meine, es sind kulturelle Güter. Äh, äh, die haben Respekt verdient. Noch eine Explosion. Wiu. Gibt es hier noch irgendwas? Mein Mann hatte die Männergrippe und war tot. Ich hatte die auch und bin noch arbeiten gegangen. Wer ist da wohl wehleidiger? Nee, Ob- 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 Ich höre eine Maschine. Wen oder was hat... Oh Gott. Oh, das ist neu. Holy shit. Oh, oh. Ich sehe schon die Dinger, die ich schießen muss. Was ist denn das für eine kranke Scheiße? Todbringer, jo. Todbringer, natürlich. Ausgegrabene alte Waffenplattform, die überwältigende Zerstörungskraft birgt. Anfällig für Überhitzung. So, so. Hört einfach auf zu jammern, ihr Mimosen. Angel, dir ist schon bewusst, dass du gerade darüber jammerst, dass wir jammern. Denkst du, das ist besser? Und Männergrippe, ist das, ne, ist das jammernberechtigt, weil viele Wissenschaftler, renommierte Wissenschaftler, vergleichen schmerzmäßig und leidensmäßig die Männergrippe mit Malaria. Und ich habe oft gehört, das ist fast schon gleichzusetzen. Deswegen, Männergrippe ist kein Scherz. Das ist eine ernste, diskutable Angelegenheit in der heutigen Gesellschaft. Ja. Hallo, Lexikon. Okay. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu schießen, ne. Sollen wir zuerst, sollen wir zuerst die Typen erschießen? Was ist dein Problem? Wir müssen, wir müssen hier erstmal ein bisschen clearn, ne. Das ist mir zu viel Kleinscheiß. Ich will den, den ganz Großen in aller Ruhe. Dieser Headshot, baby. Hier ist noch irgendwo ein Typ da. Hm. Okay, dann, ähm... Schildding war seine Schwäche, ne. Dann würde ich sagen, wir machen, wir ballern ihn erstmal zu damit. Ich dachte, Panzerung wäre seine Schwäche, aber ich glaube, da müssen wir doch mit Feuer aufwarten. Ich sehe jetzt überhitzt. Das war's schon? Also, wenn ich das richtig verstanden habe, wahrscheinlich werden noch mehr von denen kommen. Wenn ihm heiß wird, fährt er diese Stäbe raus, um abzukühlen. Das heißt, wir müssen ihn heiß machen. Und... Wir müssen ihn heiß machen und, äh... Dann die Stäbe, die rausfahren, abschießen. Das habe ich jetzt, äh... Ich meine, die Stäbe abzuschießen war gleich meine erste Idee, weil bei Gegnern immer das abschießen sollte, was leuchtet. Aber das hat, äh... Das war... Das war nicht schlecht. Gut. So, da ist noch ein Typ. Müssten alle gewesen sein. Geschafft. Die Dinger haben es in sich. Okay. Dieser Eklipse-Offizier hatte einen Fokus. Mal sehen, was da drauf ist. Nice. Ich mache die Schöpfers-Quests Ende sehr gerne. Ab dort war ich von dem Spiel angefixt. Umso besser, dass wir erstmal die anderen Sammelsachen gemacht haben und so davor und die ganzen Neben... Also, das waren jetzt sicher nicht alle Nebenquests, aber... Nebene Quest, doch. Aber, so können wir jetzt, wenn es jetzt spannend wird, uns richtig voll und ganz auf die Spannung konzentrieren. Äh, nein. Äh. Okay, und da es, äh, wie ihr vorhin gesagt habt, eine praktische Warnung gibt für den Point of No Return, werden wir erstmal in aller Ruhe... Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass wir jetzt die Hauptstory richtig gut pumpen gehen. Und dann, äh, bis zum Point of No Return. Und dann... Returnen wir zu den anderen Sachen, machen die erstmal fertig. Tch. Mal sehen, was du zu sagen hast. Steck es dir in den Mund. Oh, oh. Virus? Oh, lol. Wir sind die Geheimwaffe gegen die Maschinen. Wir sind die Einheit. Was zur Hölle war das? Hades? Hey! Geheimnis voller Fremder! Hast du das gesehen? Keine Antwort, hm? Typisch. Es wird immer merkwürdiger. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Wir wurden extra erschaffen. Zur Bekämpfung, zur Vernichtung von Hades. Jetzt fäng dich durch! Oh, nice Lexikon! Wirst du auch nämlich spielen können. Oh, der ist jetzt vielleicht nicht defekt. Der hat vielleicht keine kaputte Registry wie der letzte. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobek. Bitte, treten Sie ein. Jetzt kommt Sobek, ihr Säcke! Oh, Mann. Suche nach Elisabeth Sobek. Ich bin drin. Und das war so einfach. Oh. Wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Was ist hier los? Ich sag dir, was los ist. Ich sag dir, was los ist, Mädel! Du hast deinen scheiß Termin verpasst! Okay. Oh, ich bin so gespannt, Mann. Von Anfang an habe ich mich schon gefragt, wer diese Frau ist. Und was, vielleicht finden wir jetzt auch zum ersten Mal was über die damalige Zivilisation raus. Hunderte von Jahren her. Und trotzdem noch diese digitalen und leuchtenden Anzeigen, genau wie im allerersten Bunker, wo wir waren, funktionieren immer noch. Die haben keine Knopfzellenbatterien benutzt, glaube ich. Das muss schon mindestens Doppel-A gewesen sein. Ein bisschen arg zu spät zum Termin, ja. Echt? Sagt man das so? Frauen kommen gerne etwas später zu einem Termin? Hab ich noch nie gehört. Verschränkte Wellen vor. Oh mein Gott! Kommt, wie viele Stockwerke es hier gibt. Tup, 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 tup. Yo! Da kommen wir her, ja. Holy shit, Mann. Das sind die Treppen, nehme ich an. Automated Solutions. Okay. Bin ich mal gespannt. Okay, zumindest Dates. Ja, kommen die zu spät zu Dates? Das einzige Date, was ich mal hatte, da bin ich irgendwie eine Stunde zu spät gekommen und sie wollte, oder sie hat sich danach nie wieder gemeldet. Gut, ich habe mich auch nicht gemeldet, weil ich kein Interesse mehr hatte. Aber erfolgreiches Date, würde ich sagen. Und ich glaube, das war mein einziges Date-Date. Mein Ballsverhalten-Date, was ich hatte. Das einzige Date-Date, was ich in meinem Leben hatte und eine Stunde zu spät. Sehr gut. Sehr gut. Ich weiß, wie das läuft. Ich bin der Womanizer. Musst mich nur fragen. Ich erkläre dir alles. Stone, der Dating-Experte. Ja. So ist es. Risur, Klamotten, Schuhe und tausend andere Sachen. Da kann man schon ein bisschen zu spät ankommen. Ja, genau, genau. Ja, die Story habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Wo ich eine Stunde zu spät zum Date kam, weil ich mich kurz vor dem Date aus dem Haus ausgeschlossen hatte. Und dann musste ich über das Kellerfenster in mein Haus, also in das Haus meiner Eltern, einbrechen. Naja, das hat ein bisschen gedauert. Erstmal Schraubenzieher holen vom Nachbarn. Zum Glück war das Kellerfenster gekippt. Leute, lasst eure Kellerfenster nicht gekippt. Das ist sehr leicht. Da reinzukommen. Warte, hier geht es weiter, glaube ich. Ne, da geht es weiter. Dates vermasseln? Gar nicht. Stone die Dating-Legende. Ja. 100% meiner Dates waren ein subjektiver Erfolg. Wie hast du denn Sabrina kennengelernt? Über YouTube. Das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, glaube ich. Mal mehr, mal weniger ausführlich. Aber alles hat angefangen mit einem Kommentar von mir. Damals, als man noch so die Kanalseiten der Kommentare von den YouTube-Channeln als, äh, sehr schön, als Chat benutzt hat, falls ihr euch erinnern könnt, falls ihr damals schon da unterwegs wart. Töten gebaut wurde. Und Sie haben sie verehrt? Willkommen bei Faro Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Faro globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken, vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann, wie den Faro Focus, bis zu den Charriot-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Ah, so hat das angefangen. Alles daran, dass die Zukunft sicherer wird, heller, besser und immer überraschend. Faro Automated Solutions, für jedes Problem im Leben die passende Lösung. Okay. Und die Maschinen. Die ersten Maschinen. 25.000 Menschen? Das ist größer als ein Stamm. Sie haben also Maschinen hergestellt. Und Geräte. Sowas war in ihrer Welt wohl normal. Ja. Okay. Ähm. Genau. Und ich hatte damals, da hatte ich gerade frisch meinen, mein Profilbild mit dem Käsewürfel und da hatte ich irgendeinen Kommentar damals, ich habe in meiner gesamten Zeit, zu der Zeit, wo man sich so unterhalten hatte, in den Kommentar... Okay. Nach dieser Stelle, ich kann das nicht erzählen. Erstmal Story bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Fuck, das muss ich jetzt lesen, ne? Biografie Elisabeth Sobeck, das ist ja unsere Mutter, vielleicht können wir da mal reinlesen. Elisabeth Sobeck, 2020 geboren, amerikanische Wissenschaftlerin, Roboter, Technikerin, Ingenieurin, die allgemein als einer der klügsten Köpfe des 21. Jahrhunderts angesehen wird. Geboren und aufgewachsen in der Nähe von Carson City, Nevada, schrieb sie in ihrem Alter von 13 Jahren an der Sternen vor der Universität ein und erreichte bereits mit 16 Jahren den Bachelorabschluss der Experimenteller Physik und Computerwissenschaften. Der Doktor hat gerade erlangte sie im Jahr 2040 an der K... äh, ja, ja, einfach, äh, ja, ja, Abschlüsse. Im selben Jahr fing sie als Nachwuchswissenschaftlerin bei Pharo an, innerhalb von zwei Jahren Alter von 22 zu leitenden Wissenschaftlerin aufstieg. In den nächsten acht Jahren spielten ihre grünen Robotermodelle eine entscheidende Rolle bei der Umweltsanierung, Entgiftungsbemühungen, der Rückforderung machten fast zum Unternehmen sie im Bereich. 2048 trat sie überraschend von ihren Posten bei FAS zurück und protestierte damit gegen die Neuausrichtung des Unternehmens auf automatisierte Militärtechnologien. 1949 gründete sie Miriam Technologies, eine eigene Firma, ein Unternehmen, das sich, daher auch die Tasse, Miriam, das sich auf Lebensbejahende Robotertechnik und andere Technologien konzentriert. Miriam hat sich seitdem zu einem der weltgrößten Lieferanten umweltfreundlicher Roboter entwickelt, zahlreiche Preise, Auszeichnungen gewonnen, darunter den Nobelpreis für Physik im Jahr 2053 und den Rachel Carson Erwart für ökologischen Fortschritt im Jahr 2056. Ted Fart, ein amerikanischer Unternehmer, Industriemagnat, das heißt, das ist der Böse, des größten Unternehmens aller Zeiten, der allererste Billionär, wohlhabendste Person der Welt, Salt Lake City, Startschwierigkeiten, grüner Roboter, Klimakrise, Rückforderung, am Ende des Jahrzehnts richtete FAS eine Abteilung für militärische Verteidigung ein, entwickelte sich bis in der Welt, für Militärplattformen auch, der Erfolg von FAS hat Mr. Faro zum bekanntesten Geschäftsmann der Welt, genau, der war dann auch weiterhin der Geschäftsmann der Faro, bei den gefährlichen Maschinen, auch bei den Militärmaschinen, hat sich nicht ausgegliedert, Geschichte von FAS, das ist die Firma selbst, Hallo nochmal, Johann, ist ein amerikanisches Unternehmen, genau das wissen wir jetzt, brutto, ja, sehr viel Gewinn gemacht, kluge Köpfe, haben sich aufgesplittet in Militär und die anderen mit ihren grünen Maschinen, die die Welt verbessern sollte, Klimaveränderung, enorme Verkaufszahlen, Gewinne verdreifachten sich, als sich das Unternehmen unter der Leitung der berühmten Ingenieurin Elisabeth Sobek im Umweltsoktor zu führenden Kraft entwickelte, Beliebtheitsgrad über 90% gestiegen und Gründer Ted Faro wurde von Medien, sozialen Netzwerken als der Mann, der die Welt rettete, gefeiert, Unternehmen, Empfangsprotokoll, das war das von vorhin, okay, und eine Definition, was ein Unternehmen ist, okay, cool, cool, also, zusammengefasst, es gab Elisabeth und Ted, Elisabeth wollte die Welt besser machen mit ihren Maschinen, Ted wollte auch in die Militärbranche einsteigen, Elisabeth fand das doof, also, ist Elisabeth gegangen, hat ihre eigene Firma eröffnet, aber logischerweise, Roboter, die die Luft reinigen, werden höchstwahrscheinlich verlieren gegen Roboter, die Raketenwerfer auf dem Rücken haben, deswegen gehe ich davon aus, dass die einen Roboter dann die anderen aus der Welt gemerzt haben, wahrscheinlich wird das so abgelaufen sein, oh, von, von Ted Faro, nein, nein, fucking, dann damit aufgehört, nur um andere Waffenarten zu bauen, warum? Ja, wie, warum? Weltbeherrschend vielleicht? Kann ich mir das nochmal kurz anhören? Hier, von Ted Faro. Nee, du sollst es abspielen, während ich im Spiel unterwegs bin. Ich weiß, das muss für ein bizarrer Kurswechsler Kurswechsel erscheinen. Ich meine, wir sind Faro Automated Solutions. Nummer eins in der Robotertechnik. Warum sollten wir unsere Produktion auf menschengesteuerte Fahrzeuge und Waffensysteme umstellen? Auf altmodischen Kram? Alles, was ich jetzt von Ihnen verlange, ist Vertrauen. Uns wird sich eine riesige Wachstumsmöglichkeit eröffnen, wenn wir die Produktion nach meinen Plänen komplett neu ausrichten. Ich erwarte also von jedem von Ihnen neue Prognosen zur möglichen Massenherstellung innerhalb von 36 Stunden. Das ist aber schnell. Elisated. Elisabeth. Elisabeth und Elisa Matratze, ihre Tochter. Ich muss leider los. Alles klar. Schlaf schön, Trinchen. Bis morgen. Na, haben wir noch ein bisschen was? Die Luft. Sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Nach nichts Natürlichem. Wahrscheinlich einfach nur ein bisschen nach... So wie wenn man in einem Zimmer zu lange den PC hat laufen lassen. Noch ein Einsturz. Aber ich sollte durchpassen. So ein bisschen dicke Luft generell. Beschwerde. Beschwerde. Von J. Friedkin. Feinste Geschichte. Frisch vorm Fass. Ja. Frisch abgezapft, wie man gesehen hat. Gibt es hier noch irgendwas? Was? Glaub ich. Yeses Maria. Erschreck mich doch, Mann. Fucking Krampf bekommen. Jesus Christ. Bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Oh. Ein Holo-Projektor. Oh, das... Warte kurz. Da. Willkommen bei Faro Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Ist das genau das Gleiche? Mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmen sitzen auf der ganzen Welt. Ist Faro globaler Marktführer in jedem Bereich der Autar... Oh, hat aufgehört. Okay. Ach, das ist sogar... Das ist Abkürzung. Oh, voll wie Dark Souls. Jetzt bin ich hier wieder am Anfang. Okay. Gut. I see. I see. Uah, uah. Okay. Falls irgendjemand mittendrin auf einmal angefangen hat, keinen Bock mehr zu haben. Hätte ich noch vorbereiten sollen. Es dauert bis zum nächsten Speicherpunkt. Ich hoffe, du hast nichts heute Abend vor. Ähm. Schau mal mal. So, viel Zeug. Und, äh, WB-Reigros. Oh. Warte, ich... Ich kann nicht diese Rüstung länger tragen. Die macht mich nervös. Ähm. Lass uns hier so eine mehr... Nora. Aber ich mag die... Die Nora-Rüstung, die passt ein bisschen besser. Zu ihr. Und passt auch besser zu der Ruine, wo wir gerade unterwegs sind, finde ich. Ich brauche einen Tee. Ich mache mir einen Tee. Wissgleich, Fails. Geschafft. Okay. Sonst nichts hier. Gut. Hier entlang. Okay. Das heißt, wir gehen erstmal alle anderen Wege entlang. Oh. Fange ich echt schon voll zu sein? Mh. Dann können wir jetzt anfangen, Sachen zu zerlegen. Wir müssen Sachen zerlegen. X... X ist zerlegen. Okay. Nicht, dass ich das falsche drücke. Mal schauen, ob wir noch irgendwie... Plünderer haben wir ziemlich viele. Plündererherzen zerlegen. Leuchtendes Geflecht. Ich denke, ich denke mehr als ein Stack werden wir für nichts brauchen. Genauso wie ein Wächterherzen-Stack. Donner-Kiefer-Linse behalte ich. Selten. Viereck ist mehrere zerlegen. Ah. I see. I see. I see. Okay. Super, super. What now? I can't see. Okay. Hier noch ein paar Uhren. Jetzt vorhin, als wir das letzte Mal hier... Hätte wahrscheinlich kurz, nachdem ich dieses Riesenlager da ausgeräumt habe von den Feinden... Vielleicht mal... Warte, ein bisschen Kühlsaft können wir wahrscheinlich auch verkaufen. So, ein... Äh, nee. Ich will... Ah, nee, doch. Ein 51er-Stack. Ja, immer. Schnellreisepakete. Wir haben ja mittlerweile das unendliche Schnellreisepaket. Rostiger Schrott. Dieser alte Schrott ist beinahe nutzlos. Beinahe. Das heißt, ich werde es brauchen. Okay. Haben wir da 20 Slots. Alles gut. Kann ich das auch zerlegen? Gut. Absolut kein Platz dafür. Doch. Ist immer Platz, außer für den Trank. Spirituelles Treffen. Paula. Danke, Ted. Die aktuellen Ereignisse haben meine Perspektive geschärft. Mhm. Ich möchte, dass du dich mit Religionsführern jeder Couleur in Verbindung setzt und bald eine Konferenz anberaumst. Sehr bald. Okay. Er wollte alle möglichen Führer von verschiedenen Religionen zu einem großen, luxuriösen Meeting herbeordern. Ich schätze, dass Religion eine der wenigen Gefahren für ihn war oder werden konnte, weil sich da die Leute immer schaffen, zusammen zu schließen und alles niederzureißen, wenn sie wollen. Deswegen hat sie bestimmt alle zusammen versammelt und dann einfach Bombe und weg. Quests, Prioritäten, okay. War das alles hier? Die Menschen waren also wütend auf Pharaoh, auf das Unternehmen. Sie haben ihm an irgendetwas die Schuld gegeben. An etwas Schlimmem. Vielleicht redet auch Pharaoh mit uns die ganze Zeit. Was ist das? Woo! Nein, nix. Gut. Anstatt beim Händler alles loszuwerden, zerlegt er es lieber für 50% der Scherben. Ja, hier ist kein Reisepunkt. Ich hab ja alles beim Händler verkauft. Dann haben wir unseren letzten Ausflug gemacht. Und bei hier, bei diesem Ausflug, haben wir so viel gesammelt, dass wieder alles voll war. Und ich geh bestimmt jetzt nicht den ganzen Weg wieder raus, nur um beim Händler ein paar extra Scherben zu machen, wenn wir keine Scherben mehr brauchen. Hallo? Hier ist sonst nichts? Okay, außer dieses Holo-Display in der Mitte. Keine anderen extra Schriftstücke. Sieht nicht so aus. Der FSP-5 Kopech ist die perfekte Universallösung für ultimative Kampfkraft. Das verwendete Metamaterial bietet eine unübertroffene Rückstoßdämpfung, sodass jedes Waffenpaket eingesetzt werden kann, das ihrem Budget und ihrem Konfliktlösungsprofil entspricht. Oh, Waffenpaket. Patentierte Biomasseumwandlungssysteme ermöglichen erweiterte Notfalleinsätze bei minimalen Umweltauswirkungen. Die multilineare Zielerfassung bietet simultane Echtzeitbedrohungsanalyse und juristische Überprüfung bei autonomen Englandseinsätzen. Die Kontrolle kann aber auch dem neuere Einschwammennetzwerk für waffenfreie Gewaltanwendung überlassen werden. So oder so, wenn die Lage nach schwerem Gerät ruft, ist es Zeit für den Kopech. Der Todbringer. Das war also ihr Schläger. Ultimative Kampfkraft. Allerdings. Naja, so schlimm war das jetzt auch nicht. Okay. Okay. Aber wir können ja klettern, ist kein Problem. Ich denke, das war da alles in dem Raum. Hm. Da, da haben sie gerade eben schon zum ersten Mal erwähnt, so von wegen. Oder überlassen sie die Kontrolle einfach der Maschine selbst, so von wegen Schwarmintelligenz. Aha, aha, I see. Dann sehen wir schon, in was für eine Richtung ihr es getrieben habt. Fast überall gefrorenes Metall. Dr. Sobek macht es mir nicht leicht. Ob Dr. Sobek noch irgendwie lebt, weil sie eingefroren wurde oder so? In irgendeiner Kryokammer? Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Du bist keine Pflanze, Eloy. Du bist keine Pflanze, okay. Oh, da geht es weiter. Moment. Ich habe noch einen Seiteneingang gesehen. Oh, yes. Was ist das? Was zum... Was mache ich hier gerade? Sieht aber alternativ aus, also. Eine Krise, die anfing, als sie nicht autorisierte Angriffsoperationen... Hier geht es doch weiter. ... und Mitarbeiter des Harz-Timor-Energiekonzerns startete. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Krise übertrieben wurde. Wurde sie leider nicht. Die Friedenswächter haben nicht auf Rückzugkurs reagiert und alles deutet darauf hin, dass sie sich gerade rasant repizieren. Ich kann Ihnen versprechen. Und ich gebe hier mein Ehrenwort, dass ich bereits alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt habe, um dieses Problem schnell zu lösen. In den nächsten Tagen oder Wochen übles Gerede über das Unternehmen. Denken Sie daran, damit wir diese Krise überwinden. Es wird vorbei sein. Friedenswächter. So haben Sie Ihre Maschinen genannt? Sie wurden doch für den Krieg gebaut, nicht für den Frieden. Oh Gott, unsichtbare Wand. Okay. Wo sind wir jetzt hier? Ach, wir sind auch hier. Okay, alles klar. Alle Wege führen nach Rom. I see. I see. Einfach alternative Wege. Ja, ich helfe dir ja schon. Kein Problem. Guck mal, was für ein guter Kerl ich bin. Warte mal, wo ist dieser Scheiß hier? Lange. Bitteschön. Ein bisschen Frostschutzrüstung. Das hilft auch bestimmt. Wieder da. Ich habe mir jetzt erst mal zwei Liter Tee gemacht. Nice. Wir machen uns auch immer ordentlich Tee. Das mit der Rüstung habe ich auch gemacht. Stone, du machst mir Angst. Ja, siehst du. Rikos, wir verstehen uns. Rikos ist, wäre halt auch voll der gute Boyfriend. Weißt du? Rikos, wie ist dein Beziehungsstatus? Wie sieht es aus? Brauchst du? Ich meine, du kannst hier den Stream bedienen. Dich. Ist ja kein Problem. Was haben wir hier? Gleich kommt die Stelle, wo ich meinen ersten Bug hatte. Hier bestimmt nicht. 5000 Metallscherben fast. Holy shit. Okay. Noch irgendwas in der anderen Richtung? Glaube nicht. Nein, will nur nicht alle 10 Minuten wieder runter in die Küche für mehr heißen Tee rennen. Wir haben ja auch so einen großen Pumpspender. Da passen drei Liter rein. Der Pumpspender. Alle Mann an Deck. Also ja. Wie erwartet haben sie natürlich die Kontrolle über die Maschinen verloren. Oh mein Gott. Ich habe unten die Stange nicht gesehen. Puh. Ich dachte, ich habe es jetzt nicht geschafft. Dort hin zu springen. Bediene dich an Rikos. Fails. Du bist jetzt meine Freundin. Sehr gut. Wieder zwei Wege hier, oder was? Okay. Wir sind schon fast ganz oben. Ich nehme an, das wird dann... Halt dich doch! Ach, ich bin direkt wieder hier. Gut. Zur Kante fallen lassen. Links. Links. Ich nehme an, das führt einfach auf den... In den gleichen Bereich auch. Einfach in den... Zum Turm ganz nach oben. Oh Jesus. Nein! Was tust du? Das passiert, wenn die Finger eingefroren sind, ja. Immer zuerst den Weg gehen, wo nicht der Questmarker hinzeigt. Mist. Haben wir schon gedacht. Jetzt hier werde ich bestimmt direkt in den richtigen Raum reinkommen. Bandersee-Vorfall. Bandersee-Vorfall. Leute, die versuchen dauerhaft was aus dem Internet zu entfernen, lol. Eine Frage der Zeit, bis es viral wird. Eine vorformulierte Stellungnahme erscheint mir absolut unzureichend. Irgendwelche Vorschläge. Die haben aus den Delfinen eine rosa Masse gemacht und daraus dann Nuggets. Gute Nacht, Ofomiko. Gute Nacht. Siehste, siehste. Abwischen Lut hier. A little bit of Monika. By my side. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war nicht gut. Ich dachte, ich kann mich hier fallen lassen. Das ist mein Tod. Nein, alles unter Kontrolle. Ich will alle Wege einmal abdecken, aber... Ich habe das Gefühl, ich habe so viel verpasst jetzt. Weil ich da einmal... Nochmal trinken. Wir haben genug. Ja, das kann ich gut gebrauchen. Ja. Ja. Oh, da ist er. Okay. Oh. Haben wir noch ein bisschen Loot. Ich glaube, generell ist es immer schlauer, wenn ich mich zuerst... Wenn ich... Wenn ich aus der ersten Öffnung herausgehe. Immer die erste Öffnung nehmen. Keine Abkürzungen oder so, weil dafür verpassen wir vielleicht nur Sachen. Das wäre nicht so nice. Auch Story-Elemente und sowas. Ich glaube, ich weiß, wie genau alles den Bach runterging. Irgendwann haben die wohl versucht, das Internet zu löchern. Äh... Zu löschen. Und dann... Boom! Genau. Die Maschinen haben sich angefangen zu wehren, als sie gemerkt haben, dass das Internet gel... Dass die Löschung bevorstand. Okay. Okay. Dann wären wir wieder hier. Kann ich mir jetzt was holen? Ich hätte einen Wagen mitnehmen sollen. Delfin-Erdbeermilch-Shakes! Ja! Heute, meine Kinder, mit Delfin-Geschmackt. Geschmackt. Schmeckt wie Hühnchen, bloß ein bisschen feiner. Nichts. Sehe ich da unten etwa eine kleine Boss-Arena? Exekutiv-Datenspeicher. Gesicherter 3 Zettabyte-Datenspeicher. Noch 6% Akkuleistung. Echt diese Akkus, man. Holy shit, ey. Wow! Dann müsste ich was anderes rauswerfen. Sieht an einem Stück Himmel aus, hier. Wo sind wir gerade nochmal auf der Karte? Im nordwestlichsten Punkt. Das heißt, nach Norden und Westen ist sonst nichts mehr... Über den Wolken... ...muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Cool. Sehr schöner Ausblick. Üpisch. Einfach üpisch. Einfach üpisch. Ja, bitte. Eine einzige Datei? Für 3 Zettarbeit? Wo? Hier? Per WLAN? Oh. Elisabeth, gut, das... ...lange nicht gesehen. Wo sind die Anwälte, Ted? Nicht nötig. Ich habe alle 18 Klagen fallen gelassen. Ich nehme an, deine Daten bestätigen das. Okay, das scheint interessant zu werden. Sollen wir vielleicht was zusammen essen? Ein bisschen... Ich kenne dich, Ted. Du hast Mist gebaut. Großen, sonst hättest du dich nicht so gedemütigt, damit ich herkomme. Also spuck's aus. Die... ...Sheriots... ...haben einen Fehler. Deine Killer-Roboter? Friedenswächter. Ja, die. Dann schalt sie ab. Wirklich gute Ideen, Liz, wenn wir könnten. Sie reagieren nicht. Weißt du, dass ein ganzer Schwarm ist defekt, Ted? Noch schlimmer als das. Dann zeig mir die Daten. Und ich möchte was essen. Allein. Lacht ihr mir schon, dass sie zusammen sind? Ted Farrow hat Elisabeth Sobek hergebracht. Aber sie haben sich gehasst. Nee, sie waren zusammen. Eine weitere Datei wiederhergestellt. Sie waren zusammen. Oder waren mal davor zusammen. Sonst hätte sie nicht betont, dass sie alleine essen will. Das ist kein Fehler. Es ist eine Katastrophe. 64. Es ist übel. Übel? Himmel, Liz. Es ist nicht übel, Ted. Das ist die Apokalypse. Du hast Killer-Roboter gebaut. Friedenswächter. Die mit Biomasse Treibstoff laufen. Nur in Notfällen. Und noch dazu können sie sich selbst replizieren. Beschränkte Selbstproduktion kontrolliert. Jetzt nicht mehr. Die Befehlskette wurde getrennt. Der Schwarm dient jetzt nur noch einer Nation. Sich selbst. Ich glaubst du etwa... Alles andere ist Nahrung. Und so schnell wie sie sich vermehren, Ted, ist die Erde in 15 Monaten kahl. Das ist nicht der Sturz der Zivilisation. Das ist Ausrottung. Schon klar, Liz. Wie kann ich es stoppen, wenn es unter Kontrolle ist? Es wird nie unter Kontrolle sein. Du weißt, was ich meine. Ja. Bevor alles rauskommt, meinst du. Lässt du alles, was du sagst? Denk weiter nach. Und was immer du empfiehlst, ich tue es. Ich werde dich beim Wort nehmen, Ted. Hm. Die Pharooroboter haben alles Leben auf der Erde bedroht? Aber irgendwie hat sie sie besiegt. Die Welt der Alten ging unter. Aber es gab noch Leben. Sonst wären wir nicht hier. Eine letzte Datei wieder hergestellt. Vielleicht haben sie es auch, so wie diese eine, diese große Kugel, die maschinelle Kugel, die wir gefunden haben, die die Roboter friedlich gemacht hat. Vielleicht hat sie eine Möglichkeit gefunden, die friedlich zu machen. Bis sie dann wieder einen anderen Weg gefunden haben, das rückgängig zu machen. Oder zu umgehen. Oder bis jemand anderes gekommen ist und die Dinger ausgeschalten hat. Könnte ich mir vorstellen. Zero Dawn. Zero Dawn. Titledrop. Himmel, Liz. Es muss doch anders gehen. Wenn ich eine bessere Lösung für dein Problem hätte, würde ich es sagen. Aber das. Das. Ich wollte ein Heilmittel von dir. Aber das hier ist noch schlimmer als die Krankheit. Nein, Ted. Es ist furchtbar. Aber die einzige Chance. Und jetzt unterschreib es. Unterschreiben? Das kann ich nicht. Doch, du kannst. Das. Liz, ich kann das nicht guten Gewissen. Wir müssen uns unterschreiben. Du hast die Wahl, Ted. Ich weiß. Ich spreche mit dir aus einem VTOL unterwegs zum US-Roboter-Kommando. In 15 Minuten treffe ich General Harris und die anderen Stabschefs. Was? Was? Bist du verrückt? Es liegt an dir, was ich dann sage. Unterschreiben. Und ich sage, dass das reichste Unternehmen der Welt die Finanzierung von Zero Dawn garantiert. Genau nach meinen Vorgaben. Oder nicht? Und ich sorge dafür, dass Sie und alle Welt erfahren, was tatsächlich passiert ist. Himmel, Liz. Du musst mir nicht drohen. Ich unterschreibe. Sie ist positiv, Ted. Jetzt kannst du tun, was du schon immer am besten konntest. Die Zeche zahlen, wenn andere die Drecksarbeit machen. Ich habe mehrere Theorien. Was hat sie getan, um die Roboter aufzuhalten? Ähm. Okay. Und zwar, so ein paar Ideen, die sich jetzt gerade gleichzeitig in mir zusammengebrodelt haben. Äh. Waren einmal das, was ich als erstes gesagt habe. So von wegen vielleicht diese Intelligenzkugeln. Aber das wäre zu simpel. Dann wäre der jetzt nicht so schockiert gewesen. Eine zweite Möglichkeit, bevor sie so schockiert war, die ich mir gedacht hatte, war ein riesiger EMP-Blast. Der alles auseinandernehmen soll und ziemlich heftig ist. Und er war so schockiert, weil er damit sein, sein Lebenswerk oder seine ganzen Militärmaschinen kaputt machen würde. Aber jetzt gerade, als drittes glaube ich gerade daran, wir haben ja am Anfang diese ganzen versteinerten, verkalkten Menschen gesehen. Dass Zero Dawn irgendeine Art von riesiger Explosion war, die Welt mit Magma zu überziehen. Die sahen so aus wie die versteinerten Menschen von Pompeji oder so. Wie so ein, als ob da irgendein Ascheausbruch stattgefunden hätte oder sowas. Und dass sie alles in die Luft sprengen wollte, solange die Maschinen noch nicht... Oder in die Luft sprengen, irgendwas... Alles zerstören wollte, solange die Maschinen noch nicht die totale Kontrolle hatten. Sodass wenigstens ein bisschen was überlebt und sich daraus dann neues Leben bilden kann. Hm... Hm... Sobek war nicht meine Mutter. Das ist viel zu lange her. Die ganze Suche und ich weiß immer noch nichts. Mehr fällt dir zu der ganzen Geschichte nicht ein? Du jammerst wie ein Kleinkind? Lul. Wirf mir das nochmal vor, von Angesicht zu Angesicht. Wie du willst. Hast du wirklich keine Ahnung, wie monumental diese neuen Erkenntnisse sind, Aloy? Ich hatte mehr erwartet. Ah. Du hast ein Gesicht. Hast du auch einen Namen? Von allen Fragen, die du stellen könntest, diese wählst du aus? Hm. Du bist hässlich. Wie heisst du? Ich habe jahrzehntelang die Ruinen der Alten durchsucht, um herauszufinden, was mit ihnen passiert ist. Schon lange habe ich geahnt, dass Pharooroboter ihre Welt zerstörten. Aber mir fehlten Beweise. In Minuten entdeckst du mehr altes Wissen als ich im ganzen Leben. Und wonach du dann fragst, ist mein Name? Prioritäten. Silence. Das ist mein Name. Und wie wäre es jetzt mit einer anderen Frage? Nicht ganz so trivial. Wenn du klug bist. Okay. Silence. Das war deutlich. Ich kam hierher, um mehr zu erfahren über diese Elisabeth Sobek. Und das habe ich. Aber was ist meine Verbindung zu ihr? Und warum will die Eklipse mich töten? Und wer ist Hades? Keine Antwort. Du wurdest im Reagenzglas gezeugt mit ihrer DNA? immer noch mehr Fragen. Ganz genau. Und darum ist es Zeit, deine Untersuchung auszuweiten. Nur dann erkennst du, wie groß deine Probleme wirklich sind. Was genau versuchst du mir zu sagen? Du hast ein persönliches Rätsel in große Geheimnisse gejagt. Ihnen gemeinsam ist eine Verbindung zu Elisabeth Sobek. Aber was ist die Verbindung? Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie lebte vor Jahrhunderten. DNA Baby. Ja klar. Noch. Wir finden es nur heraus, wenn wir weitermachen. Wenn wir noch mehr entdecken. Dank dir. Wissen wir jetzt, dass Farrow-Roboter einst alles Leben auslöschen wollten? Doch das passierte nicht. Die Zivilisation der Alten wurde zerstört, aber das Leben nicht. Offensichtlich. Also. Was hat Elisabeth getan? Wie konnte sie die Roboter aufhalten, bevor das geschah? Was war Projekt Zero Dawn? Genau das ist die Frage. Und. Bist du bereit, die Antwort zu suchen? Ja, natürlich. Und warum stehst du da noch hier? Ich hätte mal eine Frage. Was ist dein Nachname? Nicht so schnell, Silence. Bist du single? Du musst mir noch was erklären. Ich habe genug erklärt. Wenn du immer noch Fragen hast, mach schnell. Du verschwendest meine Zeit. Gut, jetzt da du mich so gehetzt hast, werde ich jede einzelne Frage dir stellen. Soweit ich sagen kann, befolgt die Eklipse nur Befehle. Es ist Hades, der meinen Tod will. Wer ist er? Das Maschinen-Oberbrain. Die Eklipse beschreibt ihn als verborgenen Schatten, ein Teufel. Das Ding, das draußen zu mir sprach, das den Fokus explodieren ließ, das war Hades? Das war kein Mensch und keine Maschine. Eher ein Phantom mit schrecklicher Stimme. Sicher ist nur, er will deinen Tod. Wegen meiner Verbindung zu Elisabeth. So ist es. Hades erweckt mit Hilfe der Eklipse Pharaoh-Roboter. Doch wenn Elisabeth sie vor Jahrhunderten stoppen konnte, vielleicht mit Spezialwaffen, könnte Hades fürchten, dass ich das gleiche tue. Genau, das wollte ich eigentlich nicht sagen. In einigen dieser alten Dateien gibt es Hinweise auf die Entwicklung von sogenannten Superwaffen. Um die Roboter zu stoppen, zerstörte sich die alte Zivilisation vielleicht selbst. Wenn jetzt genug geredet ist, geh endlich los. Das war auch meine Vermutung. Ich fange jetzt erst an. Du nutzt schon die ganze Zeit meinen Fokus. Du riskierst nichts und ich riskiere alles. Ich muss nur dieses Ding von meinem Kopf nehmen. Und du bist blind, taub und stumm. Also beschwer dich nicht. Beantworte meine Fragen. Also gut. Fahr fort. You got served, son. Und du weißt schon länger, dass die Pharaoh-Kriegsmaschinen die alte Zivilisation zerstörten? Es wies einiges darauf hin. Doch bisher war mir nicht klar, wie gefährlich sie waren. Dass sie Biomasse in Treibstoff umwandeln konnten und der Horus-Roboter selbst herstellen konnte. Wie eine kleine Brutstätte. Aber die Roboter, die wir gesehen haben, die Verderber und Todbringer, die können das nicht. Noch nicht jedenfalls. Bisher waren das auch alles beschädigte Modelle. Wer weiß, wozu sie intakt in der Lage sein werden? Wer bist du, Silenz? Und was sind deine Absichten? Du machst das hier jetzt wirklich persönlich? Ich bin ein Wanderer, der seinen Stamm schon vor langer Zeit verließ. Ein Erkunde verbotener Orte. Sucher nach altem Wissen. Wie ich bereits sagte. Warum weißt du so viel über die Eklipse? Tatsächlich weiß ich vieles über viele Dinge. Wenn du aber wissen willst, ob ich für die Eklipse arbeite, ist die Antwort nein. Ich bin voll und ganz unabhängig. Du hast mich mit dem Fokus ausspioniert. Wie ist das möglich? Jeder Fokus sendet ein Signal. Stimmen, die nur andere Fokusse hören. Ich weiß, wie man diese Stimmen verknüpft, damit sie miteinander reden, kommunizieren, auch über große Distanzen. Und wie hast du das gelernt? Jahre des Studiums und der Experimente. Im Prinzip ist es so ähnlich wie Maschinen zu überbrücken. Ich überbrücke Fokusse. Und du kannst auch durch Fokusse der Eklipse spionieren? Für gewöhnlich. Aber die Überbrückung ihrer Verbindung ist... kompliziert. Besteht denn die Möglichkeit, dass Elisabeth Sobek noch am Leben ist? Das ist unwahrscheinlich, aber... nicht unmöglich. In einigen der alten Dateien werden lebensverlängernde Methoden erwähnt. Pharmazeutiker zumeist. Ein altes Wort für Medizin. Aber manche experimentierten auch mit dem Einfrieren und Auftauen von Menschen. Ja, siehste? Habe ich gesagt. Mit dem Einfrieren von Menschen? Kryogenik nannten sie das. Aber es gab Probleme damit. Bei Elisabeths technologischem Scharfsinn... kann ich nicht ausschließen, dass sie einen Weg gefunden hat, unsterblich zu werden. Doch das ist Spekulation. Zeitverschwendung. Sie ist nur so ein Gehirn in Eis eingefroren. Elisabeth sagte, Ted Farrow, sie sei unterwegs zu einem US-Roboter-Kommando, um von Zero Dawn zu erzählen. Der Ort existiert noch. Als Ruine. Die Oseram nennen sie Grabhort. Teilhung. Grabhort? Heiterer Name. Gell? Du findest ihn im Ostgebirge, begraben unter den Resten eines Metallteufels. Oder besser gesagt, BOR 7 Horus, wie wir gelernt haben. Ich melde mich, wenn du dort bist. Na wunderbar. Eines Tages treffen wir uns persönlich. Und dann hast du hoffentlich bessere Manieren. Damn. Ah, 3600 Meter in die Einrichtung. Oh, was wolltest du gerade sagen? Runter wird es immerhin wesentlich schneller gehen als hier rauf. Und jetzt zum US-Roboter-Kommando. Die Geheimnisse von Zero Dawn enthüllen. Oh, shit. Die Geheimnisse enthüllen. Let's go, let's go. Moment kurz. Ganz kurz schauen. Hauptquest. Der Grabhort. Ruinen, US-Roboter-Kommandos und mehr Projekte. Ja, ja. Wo ist es denn? Oh. Beim DLC. Fast. Okay. Okay, 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 okay. Crazy. Sehr nice. Die Frage ist natürlich, die Schlüsse, die ich gezogen hatte, waren sehr ähnlich den Schlüssen, die Aloy jetzt gerade eben gezogen hat. Und also über die sie sich jetzt unterhalten haben. Die Frage ist nur, sind diese Schlüsse richtig? Okay. Alter, wie viel Seil hast du? Crazy. Ich glaube, ich könnte auch einfach schnell reisen, aber ich bin neugierig, was für Abkürzungen wir hier noch kriegen. Gute Nacht, Johann. Kühlschrank gelootet, letzten Käse rausgeholt. Oh, wir haben auch richtig viel nicen Käse. Richtig nicen Käse. Hab Hunger. So viel zum Thema Sicherheit. Okay. Ne, war sonst nichts hier. Wundert mich, dass wir hier oben keine Energiezelle gefunden haben. Es hat sich sehr angefühlt, als ob es hier oben eine gäbe. So wie es aussieht nicht. Okay. Dann... Wir reisen kurz in die Hauptstadt, nach Meridian. Wir können ja jetzt uns alle Belohnungen abholen gehen. Für die Banuk-Figuren, für die Blumen und für die Becher. Die holen wir uns alle ab. Wir schauen mal, was es so gibt. Ein bisschen unser Inventar freiräumen. Dann gehen wir Rust besuchen. Das letzte Mal, dass wir ihn besucht haben, ist gar nicht so lange her, aber Rhaikos hat es auch nochmal vorgeschlagen. Wie wäre es mit Rust besuchen? Den gehen wir auch besuchen. Das alles wird nicht besonders lang dauern und dann geht es direkt weiter mit der Hauptquest, würde ich sagen. Herr Leila, nur... Ich darf nichts sagen. Ich darf nichts sagen. Immer wieder interessant zu sehen. Diesen inneren, diesen internen Struggle. Diesen inneren Kampf zu sehen, den einige führen. Ich kann nicht... Herr Rust, yay! Sie steht in der Kälte und erzählt und erzählt, ja, aber wir haben ja jetzt auch eine Kälterüstung gehabt. Sie hat uns warm gemacht. Das ist quasi eine laufende Heizung jetzt gewesen. Hattest du genug zum Essen? Sabrina? 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 Hattest du genug zum Essen? Ich hatte auch nicht genug. Ich habe nicht genug gemacht. Ich hätte die ganze Packung leer machen sollen. Echt jetzt? Für wie viel? Das ist ja nichts. Lul! Sabrina will sich ein Notebook bestellen. Ist hier meiner schon wieder zu groß, oder was? Zu groß und zu schwer, kann ich verstehen, ey. Massiv! Du hast gerade drei Energiezellen, zwei Superwaffen und mega den Plot verpasst. Nein! Okay. Schauen wir mal. Jetzt können wir alles holen. Eins und eins. Warte, das waren jetzt alle, oder? Jetzt geh du nur auf die Jagd. Hm, ja. Du würdest... Hat er nichts zu sagen dafür, dass wir alles fertig gesammelt haben? Oh mein Gott! Okay. Kompetenz. Könnte passen. Komm doch mal her. Willkommen zurück. Echt jetzt? Ich dachte, der hätte vielleicht noch Dialog für uns. Ja, ich handle gern. Nee, Schatzkisten, alles, ja. Karten... Wir haben alles ausgekauft, äh, alles verkauft. Einmal... Bevor ich dann gleich zu... zu dem normalen Händler gehe und mein Inventar aufräume... Hm... Artefakte und Blumen. Müssen beides noch holen. Dann halten wir uns. Komm, unterhalten wir uns. Nein! Games9 kommt davon, wenn man, äh, nicht liest, ja. Ach, Mann. Du weißt gar nicht, wie hart es gerade war, Stone. Wie, als ich gerade eben die ganzen Storyplots herausgefunden habe, oder was? Hast du Banouk-Relikte? Vorher soll der Händler wissen, dass er alle Tassen hat, die es auf der Welt gibt. Stimmt. Fertig? Stimmt, ja. Letzte... Banouk-Kiste? Okay. Komm wieder. Hast du irgendwelche... Nein. Was haben wir da Feines? Sehr viel grüne Sachen haben wir irgendwie gefunden. Hm... Wie viel Platz haben wir hier noch? Modifikationstechnisch? Genau voll. Bis auf den letzten Platz. Okay. Oh. Willkommen zurück. Hm... Ich muss kurz den ganzen Schrott verkaufen hier. Den du mir reingedrückt hast, Lady. Was soll dieser Low-Bob-Kack hier, Mann? Wie sehe ich denn aus? Wie so ein verdammter Low-Level, oder was? So. Ich habe noch so viel Fernangriffsschutz. Ich müsste das auch mal hier... Ein bisschen... Mach's gut. Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo, ich bin's. Hier haben wir nicht Nahkampf mittlerweile. Nahkampf haben wir immer noch keinen. Noch keine epischen. Hm. Aber hier, hier habe ich Fernkampf. Und, äh, sogar eine epische Tarnung habe ich auch noch. Machen wir richtig krass Fernkampfschutz rein. Machen wir zufällig noch mal Eis gefunden? Ne, überhaupt Eis gefunden? Ne, okay. Und in meiner Stealth-Rüstung habe ich noch eine blaue Tarnung. Da habe ich auch noch eine lila Tarnung. Machen wir noch das hier rein. Diese Stealth-Leiste, wie voll die ist. Ich bin praktisch unsichtbar. Haben wir noch ein rotes Feuer? Nein. Ne. Was für eine Rüstung soll das sein? Das soll die Verderbnis-Rüstung sein? Okay. Haben wir noch einen, äh, lila Blitz? Nein. Okay. Dann haben wir das auch wieder aufgerüstet. Und dann brauchen wir noch die Blumensammelobjekte. Und dann haben wir alle. Ich komme nicht darauf, woher ich die Synchro kenne. Von welcher Person? Der Händler hat doch eh nicht alle Tasten im Schrank. Ah, du bist zurück. Aha. Ah, aha, ah. Und der letzte. Nice. Gott, wie viel Metallschärm ich jetzt habe. Crazy. Oh, da war wieder was episches. Lass uns gucken. Feuer, Spule, Eis. Nice. Okay. Das war alles. Und hiermit haben wir alle Sammelgegenstände eingesammelt, außer die Panoramen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, verkaufen wir den Schrott noch. Achso, genau. Die eine Seilfalle können wir verkaufen. Wir haben eine bessere. Und hier haben wir noch ein bisschen Schrott gehabt. Okay. Verderbnistechnisch haben wir so viel. Da haue ich mal alle von denen raus. Oh, die schlechteren Eissachen. So viel mit Abriss brauchen wir auch nicht unbedingt. Okay. Das sollte dann für die nächste Zeit wieder reichen. Theoretisch könnte ich fast alles eigentlich jetzt schon wegmachen. Nee, Schutz war das nicht. Dann war das, dann haben wir noch mal, äh, noch mal Eis bekommen. Aber wir haben wieder eine epische Feuererweiterung. Das können wir auf jeden Fall verbessern. Und der hat vor allem Schaden bekommen. Oh, Baby. Jetzt gibt's uff die Fresslunge. Guck dir die Leiste an, nee. Ich glaube, mein Schaden war vorher sehr ähnlich hoch. Die Frage ist jetzt nur, ob die Handhabung einen großen Unterschied machen würde. Vielleicht sollte ich so die schwächste Rune von denen, die ich da habe, mit so einer Vollgas-Handhabungsruhne reinklemmen. Oder mit dieser hier. Das ist meine beste, meine beste Mix. Ja, genau, da verliere ich so 10, circa. Ungefähr 10 Schaden verliere ich dadurch, aber dafür kriege ich, verdoppel ich fast meine Handhabung. Ist vielleicht gar nicht mal so schlecht, damit die Schleuder nicht zu langsam ballert. Schön. Okay. Alles fertig gesammelt. Verkauft haben wir auch, würde ich sagen, oder? Ja, ist relativ voll. Das sollten wir auch nochmal fix machen. Und dann gleich, nachdem wir das gemacht haben, gehen wir das Grab von unserem alten Freund besuchen. Von unserem quasi-Daddy. So. Selbst wenn ich von jedem der Gegenstände einfach nur einen einzigen Stack behalte, ist das so viel. Dieses Glas von den Banditen brauche ich nicht. Von dem Wüstenglas behalte ich auch nur einen Stack. Ich hoffe, ich werde das nicht zu viel für irgendetwas brauchen. Okay. Das sieht okay aus. Hier unten den Kram brauche ich für meine ganzen Pfeile. Ja, noch so knapp 20 Slots übrig. Das ist okay. Das ist okay. Gut. Rust. Jetzt bin ich mal gespannt, weil das letzte Mal, als wir bei ihm waren, da sind so einige Stunden Gameplay zwischendurch vergangen, aber sie hat gar nicht so viele neue Sachen gesagt. Und ich glaube, das lag daran, dass wir extrem viele Nebenquests gemacht haben, aber nicht so viele Hauptquests. Und ich glaube, sie erzählt Rust immer nur von den Erkenntnissen der Hauptstory. Rust würde ich jetzt zu gerne fragen, was er davon halten würde, von diesen ganzen Sachen, die wir herausgefunden haben. Vor allem, da er nicht so technikaffin war. Oh, Don Quixote, gute Nacht. War gerade am Verkaufen. Habe nicht gesehen, dass du gegangen bist. Es tut mir leid, falls du noch da bist. Der epische Fleck-Tarn-Anzug des bestandenen Einzelkämpferlehrgangs korrekt. Wunderst du dich wirklich immer noch? Habe gerade Star Trek Discovery auf Netflix geschaut und wieder ein Cliffhanger des Todes. Immer diese Cliffhanger. Nein! Nice. Dann drängt sie jetzt auch. Hi, Rust. Es ist viel passiert. Elisabeth Sobek, sie... Sie kann nicht meine Mutter sein. Sie war eine der Alten, das ist... Viel zu lange her. Doch es gibt eine Verbindung. Die Luke... Sie hält mich für sie. Es... Es ist sehr seltsam. Irgendwie... Verhinderte Elisabeth, dass Kriegsmaschinen die Welt zerstören. Nicht retten konnte sie die Zivilisation der Alten. Sie wurde offensichtlich zerstört. Aber das Leben... Das überlebte. Dank ihr wurde das Leben... Nicht verschlungen. Weiter machen. Ich... Muss wissen, wie Elisabeth die Maschinen aufhielt. Wenn ich ihre Waffe finden kann... Und sie benutze... Hat die Eklipse keine Chance. Apropos Eklipse... Ich glaube, ich bin Hades begegnet. Ich fand einen Fokus und... Es war wie... Eine Wolke oder... Eine Art dunkler... Schwarm. Und seine Stimme... Es war schrecklich. Ich weiß nicht, was Hades ist oder was er will, aber... Er ist böse. Man kann es nicht anders sagen. Die Gespräche sind allgemein toll, ja. Ja, das mit dem Fokus war echt cool, dass sie daran gedacht haben mit der Sache. Ach, das wollte ich auch noch sagen. Den Gedanken hatte ich vorhin auch noch, aber da lief die ganze Zeit der Dialog. Und zwar meine Theorie ist auch, dass Hades... Hat mich sehr an... So parallel an Mass Effect. Mass Effect. Mass Effect. Je nachdem, ob britisch oder amerikanisch-englisch, glaube ich. Mass Effect hat es mich daran erinnert. Ne? An die Gath und... Die alle miteinander verbunden sind. Ich schätze, dass Hades sowas wie das Zentrum der Schwarmintelligenz ist oder irgendwie sowas. Ich denke... Ich denke nicht, dass Hades tatsächlich eine Maschine ist oder... Eine Person oder... Ne? Ich denke... Ich denke... Hades ist Legion. Aber mal sehen. Ich weiß, wo ich jetzt hin muss. Zum Grabhort. Klingt gut, was? Elisabeth war dort, um... Sich mit den Kriegsherren ihres Stammes zu... Beraten, könnte man wohl sagen. Vielleicht ist ihre Waffe... Vielleicht ist sie dort zu finden. Tja, vom... Grab nach Grabhort. Auf geht's. Ich versuche, bald wiederzukommen. Ich finde auch schön bei den Dialogen. Es wird dran gedacht mit... Mit diesem... Mit dem Fokus. Es wird dran gedacht, dass die nächste Quest ja der Grabhort sein wird. Dass es diese Überleitungssätze gibt und alles. So richtig... Richtig... Schön... Zu Ende gedacht. Gefällt mir gut. Ich... Sollte gehen. Wenn's geht, komm ich bald wieder. Okay. So. Und... Da sind wir ja im Prinzip schon direkt da. Legion war aber lieb. Ja, ich mein ja nicht den Charakter Legion. Wieso kann Ross jetzt nicht hinter ihr auftauchen mit einem erlegten Reh und sagen... Hey Eloy, schön dich mal wiederzusehen. Hast du Hunger? Ja. Bitte. Sie ist so stark und hatte noch keine Zeit, um Ross zu weinen. Und trotzdem besucht sie ihn und verarbeitet so das Geschehene. Hm. Hades ist doch griechischer Unterweltgott. Ich glaube auch bei den Griechen, ja. Bei den Römern, bei den Griechen. Bei den Griechen. Dort, wo es auch Herkules und Zeus und so weiter gibt, da war Hades der Unterweltsgott. So was muss man wissen, wenn man God of War mag. Falls irgendjemand... Siehste, hätte ich das vorher gewusst. Dann, als ich in der Schule damals griechische Sagen als Unterrichtsthema hatte, hätte ich einfach nur God of War spielen müssen. Sofort Basiswissen komplett vorhanden. Kein Problem. Waren wir schon mal hier? Also wir waren schon mal hier, weil ich den Reisepunkt eingesammelt habe. Mir fällt erst jetzt auf, dass hier diese Riesenmaschine mit diesen ganzen Tentakeln da... Dass es wahrscheinlich die gleiche war, wie die hier. Hm. Vielleicht gab es hier damals auch gar nicht das ganze Eis und den Schnee und... Und sie hat diese Ultramaschinen, die als ultimative Vernichtungswaffe von den anderen Maschinen gebaut wurden... Außer Betrieb gesetzt, indem sie irgendwie vielleicht ein EMP mit einem riesigen Frostblast... Sie hat vielleicht das ganze Klima des Planeten geändert. Ohohoho, shit! Hm. Hm, hm. Hm. Vielleicht hatte sie dann auf den ersten Blick alle Maschinen zerstört. Alle Maschinen zerstört auf den ersten Blick. Aber irgendwo in irgendeiner Ecke, wenn selbst nur eine einzige Maschine überlebt haben sollte, dann könnte sie schon alle anderen wieder neu konstruieren daraus. Hm. Interesting. Lass uns kurz die Vögel hier noch auseinandernehmen. Hm. 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 Nö, der ist tot. Ist der tot? Nicht tot. Nicht tot. Ist er tot? Der ist tot, okay. Ja, das ist tot du eine super Person. Jetzt ist er tot. Nein. Oh. Oh! Okay, letzter noch. Sogar mit Level ab. Okay. Bisschen mehr daneben gehauen, wie erwartet, aber das macht nix. Ach, da hinten kommen schon die nächsten. Lol. Haben wir's? Haben wir's jetzt? Krass, Mann. Ne, ne, wir haben's nicht. Da scannt noch einer. Okay. Ne, bald Level 40. Aber es macht keinen Unterschied, oder? Noch einer. Okay. Aber es tut gut, wieder bei Gegnern unterwegs zu sein, die man angenehmer auseinandernehmen kann. Im Vergleich zu... Ich hab jetzt in letzter Zeit so viele Donnerkiefer und Sturmvögel und sowas getötet. Es ist schön mal wieder so auf den Boden der Tatsachen zu kommen, ja. der sanfte, nicht der harte, sondern der sanfte Boden der Tatsache. Okay. Okay. Ich glaub, das war ne, alle. Ich glaub, das war ne, alle. Wollte mal hier so nen kleinen, einen kleinen Clear, äh, machen. Kann ich irgendwie nicht aufsammeln. Gut. Das hält sich. Ich müsste nur ein bisschen mehr... Aus was für nem Kampf hab ich nochmal so viel Gesundheit verloren? Crazy. Crazy. Okay. Und dann, schönerweise, können wir gleich weiter noch länger überbrückte Maschinen und als nächstes können wir dann jederzeit ne Reitmaschine holen. Und ab dann ist es eigentlich fast egal, wie wir skillen werden. Ich glaube, ab dann skille ich mal in Richtung... Hier, da, in die Sachen, mit dem Schleichen, Extraschaden und so weiter. Okay. Very nice. Und ich glaube... Also, ich hab jetzt nirgendwo spontan irgendwelche Ausrufezeichen gesehen. Vielleicht muss man nach jedem Hauptstoryabschnitt, wie in einigen anderen Games auch, jedes einzelne Dorf besuchen gehen. Weil es bei den Dörfern, weil Quests getriggert werden, aktiv werden, wie auch immer. I don't know. Aber... Das machen wir morgen. Also, wir werden jetzt nicht morgen alle Dörfer durchreisen, ne? Aber wir werden morgen... Ich... Ich schätz einfach mal die Hauptstory weitermachen. Vielleicht sogar so lange weitermachen, bis uns Horizon sagt... Achtung! Ab hier, ab jetzt kannst du nicht mehr umdrehen. Vielleicht spielen wir bis zum Point of No Return, mal sehen. Ich weiß nicht, wie lange das noch dauert. Mal sehen, jetzt wird das fest. Ja, ich habe noch einen Tag drauf. Ich habe immer wieder etwas mit dem,